Die erwartete und am häufigsten gefordertste Besetzung, die heute bei Filmfights in den Ring steigen wird. Drei absolute Kino-Schwergewichte werden sich heute keine Gnade geben im Ring. Gute Wahl, dass ihr eingeschaltet habt, gleich geht's los. Filmfights. In dieser Folge treffen aufeinander Daniel Schröckert, Silke Schröckert und Steven Gäthien. Heute in der Rolle des Judges Florentin Will. Let's get ready to rumble. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe von Filmfights. Und natürlich herzlich willkommen an die Kämpfer im Ring. Hallo, herzlich willkommen. Ein absolutes, eine Legende jagt die nächste heute bei uns im Ring. Ich bin sehr, sehr stolz, dass wir es geschafft haben. Wann kommen die denn, Florentin? Tatsächlich seit der allerersten Folge, seit der allerersten Folge Filmfights in den Kommentaren gefordert, seitdem jedes einzelne Mal, jedes Mal gefordert. Normalerweise hält er sich zurück, weil es sonst unfair wäre mit seinem massiven Filmwissen als Factchecker. Heute ist er in den Ring gestiegen und wird keine Gefangenen nehmen. Heute bei uns im Ring. Daniel Schröckert. Hallo, 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 hallo. Und damit es natürlich ein bisschen fair wird, haben wir ihm natürlich ebenwürdige Kontrahenten hingegengestellt. Heute auch mit dabei. Man kennt sie vielleicht von ZDF Kultur, von den Filmgorillas. Silke Schröckert ist heute mit dabei. Und mir persönlich eine besondere Freude, ihn anmoderieren zu dürfen. Ihr kennt ihn vielleicht aus der größten und erfolgreichsten Unterhaltungsshow von Fernseh Deutschland, von Kino Plus. Hier ist Steven Götchen. Er ist dabei. Danke dir. Danke dir, Florentin. Ich freue mich auch. Schön, dass ihr drei heute dabei wart. Ich glaube, heute fliegen wirklich die Fetzen. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Film in der Welt, den ich mindestens einer von euch heute gesehen habe. Also, ich habe ein bisschen Angst. Ich bin froh, dass ich heute nicht selber in den Ring steigen muss. Florentin, ich kriege gerade immer mehr Angst. Je größer du uns verkaufst, desto tiefer werden wir fallen. Aber danke trotzdem. Ja, Schröckert ist heute im Ring. Das heißt aber nicht, dass der Fact-Checker-Posten heute leer bleibt, denn wir haben adäquaten Ersatz gefunden. Sandro ist heute als Fact-Checker mit dabei. Hallo, Sandro. Hallihallo, herzlich willkommen auch meinerseits zu Filmfights. Ich darf heute den Werten Daniel vertreten, denn der ist ja als Teilnehmer am Start direkt gegen Silke und gegen Steven, die ja zusammen als Film-Gorillas bei YouTube zu sehen sind. Also, checkt auf jeden Fall mal den YouTube-Kanal ab, denn das ist ein sehr kurzweiliges, schönes Filmformat. Ich bin hier heute, um die Facts zu checken. Silke, Daniel und Steven, wenn ihr irgendwas habt, wenn ihr merkt, okay, der Kontrahent hat irgendwas erwähnt, was vielleicht gar nicht so stimmen könnte, dann könnt ihr mich aktivieren und ich werde das checken, ob das alles stimmt und bin auch dafür da, unter Hashtag Filmfights Fragen zu suchen oder zu sammeln. Denn ihr da draußen, ihr könnt Fragen einschicken unter Hashtag Filmfights fürs Finale. Das sollten besonders kreative, lustige, gern auch sehr gute Fragen sein und dann, ja, seht ihr vielleicht eure Frage im Finale. Und damit bin ich auch schon sehr gespannt auf die Folge, denn es ist eine hochkarätige Besetzung. Ich freue mich auf diese Runde und auf Twitter könnt ihr auch noch abchecken, was ich da so frage. Da frage ich sowas wie, was hättet ihr gewählt? Also guckt gerne auch da vorbei. Aber jetzt erst mal viel Spaß mit Filmfights. Ja, Hashtag Filmfights bleibt auf jeden Fall dran. Und Sandro, du tust mir fast ein bisschen leid, weil ich glaube, dass du heute nicht so mega viel zu tun haben wirst, weil wir drei absolute Filmexperten hier heute sitzen haben. Wie funktioniert Filmfights überhaupt? Diese drei Herren und Damen werden sich gleich bekämpfen mit ihren rhetorischen Stilmitteln, mit ihrer Überzeugung, mit ihrer Filmleidenschaft. Werden sie argumentieren für ihre Antworten, die sie geben werden, auch drei Fragen, die wir ihnen stellen werden. Es wird dann so ablaufen, dass jeder der Kämpferinnen und Kämpfer erst mal ein Eröffnungsstatement geben darf, wo er nicht unterbrochen werden darf. Und dann werden die drei gemeinsam in den Ring steigen und versuchen, die gegnerischen Argumente zu entkräften, eigene Argumente zu bringen. Danach werde ich ein Urteil fällen, wer hier diese Runde gewonnen hat. An der Stelle nochmal, ihr drei seid absolute Filmexperten. Ihr werdet wahrscheinlich sehr viel Filmwissen schon voraussetzen. Aber denkt bitte daran, dass ich nur Dinge bewerten kann, die ihr auch tatsächlich sagt. Also jetzt Dinge, die ihr für selbstverständlich haltet, die jeder Filmexperte weiß. Sagt sie bitte, nur dann kann ich sie als Argumente anbringen. Generell, mir ist es wichtig, dass ihr sinnvoll argumentiert, dass ihr leidenschaftlich argumentiert, dass ihr nicht nur sagt, etwas ist gut, das war eine gute Szene, das ist ein toller Charakter, sondern mir erzählt, warum? Warum ist er so toll? Was macht den so besonders? Was macht die Szene so toll? Warum hat das euch so sehr berührt? Warum habt ihr damals im Kinosaal geweint? Das möchte ich von euch wissen. Und dann könnt ihr diesen Sieg hier erringen. Nach den drei Fragen gibt es dann noch eine Pitchfrage, wo ihr die Möglichkeit habt, einen neuen Film zu generieren, so wie ihr ihn vielleicht unbedingt mal im Kino sehen möchtet. Dafür gibt es dann zwei Punkte für die drei Fragen, davor jeweils nur einen Punkt. Und wer nach diesen vier Runden dann am wenigsten Punkte hat, der oder die fliegt raus und die beiden übrig gebliebenen gehen in die Finalrunde und werden dann feststellen, wer der Gewinner des heutigen Abends sein wird. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, seid ihr soweit bereit? Nein! Ist man das jemals? Nein. Aber komm, lass uns anfangen. Lass uns anfangen. Ich würde sagen, ihr drei seid bereit, seid aufgewärmt. Hier geht's los mit Frage und Runde Nummer eins. Ja, ihr alle seid natürlich sehr, sehr vertraut mit dem Medium Film. Ein Medium, das verschiedene Sinne anspricht, natürlich visuell. Man kann es hören, aber manchmal sind manche Szenen im Film so echt und so real, dass man das Gefühl hat, man kann sie nicht nur sehen und hören, sondern auch fühlen und auch riechen. Und wo das besonders extrem stattfindet, das möchte ich wissen in folgender Frage. Denn sie lautet, welche Film- oder Serienfigur stinkt am schlimmsten? Wie gesagt, ihr fangt an mit einem Eröffnungsstatement. Bitte haltet euch kurz. Es geht darum, ein kurzes, knackiges Eröffnungsstatement zu bringen. Danach gehen wir in die Runde. Ich würde sagen, wir fangen bei dem an, der die Sendung am besten kennt. Schröck, du beginnst hier, bitte. Okay, ich habe als die am schlimmsten stinkende Filmfigur erwählt, oder die Figur, die ich erwählt habe, ist der Golgothaner. Ein Exkrementaler, ein Scheißedämon aus der Hölle, aus dem Film Dogma von Kevin Smith, in dem es darum geht, dass zwei Engel sich die Absolution holen wollen, indem sie halt durch ein bestimmtes Kirchentor laufen. Und es gibt eine Menge Figuren, Wesen aus Himmel und Hölle, die versuchen, das zu verhindern. Und der Scheißedämon ist halt derjenige, der gerufen wird, um eben Jane Silent Bob, die, weiß ich nicht, den schwarzen Apostel und so weiter zur Strecke zu bringen. Und ja, und dieser Exkrementale, der ist halt einfach ein riesengroßen Haufen Scheiße auf zwei Beinen. Und was schlimmst du denn als Scheiße? Noch mehr Scheiße. Und dementsprechend, wenn das auch noch Scheiße aus der Hölle ist, kann es keine Filmfigur geben, die so schlimm stinkt wie der Golgothaner. Okay, schöne Antwort. Silke. Ich habe lange über das Adjektiv schlimm nachgedacht und habe eine Figur ausgesucht, die sicher nicht am stärksten oder am auffälligsten stinkt, aber wo das Adjektiv schlimm einfach passt. Denn ein schlimmer Geruch ist nicht der offensichtliche, wie zum Beispiel bei Exkrementen. Wir alle wissen, dass Scheiße stinkt. Sondern schlimm ist es, wenn du selber gar nicht weißt, dass du stinkst. Oder wenn du einen Geruch absonderst, den du nicht loswerden kannst mit keinem Duschgel dieser Welt. Und der dann zudem auch noch demütigend ist. Und deswegen habe ich mich für den Familienvater aus Parasite entschieden, der Kim, ich glaube, man spricht den Nachnamen Kitek oder Kitek heißt, der an seinem Geruch erkannt wird von seinem reichen Vorgesetzten. Und ja, dieser Vorgesetzte tut nicht nur so, als würde ihn riechen und macht Sprüche über ihn, sondern er riecht ihn auch tatsächlich, als er sich vor ihm versteckt unter einem Tisch. Und ich denke, dass das Adjektiv schlimm stinkt da am besten. Dann bin ich natürlich sehr gespannt auf Stevens Antwort. Bitteschön. Also ich kann erst mal sagen, zwei sehr stinkende Schwergewichte meiner Kontrahenten hier, von Daniel und auch Silke. Danke gleichfalls. Ich habe mich ganz klar für eine Person entschieden, die nicht nur in Serien auftaucht, sondern auch im Film dargestellt wurde. Und man wird am Anfang denken, wie kommt der Gätchen darauf, dass diese Person am schlimmsten stinken kann? Ich habe dafür viele Argumente. Aber ich sage nur eins, diese Person lebt in der Steinzeit. Und wir alle wissen, Körperhygiene wurde da nicht großgeschrieben. Und großgeschrieben, es ist Barney Geröllheimer. Mehr sage ich erst mal nicht. Alles klar. Drei sehr unterschiedliche Antworten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie aufeinandertreffen. Jetzt geht's los. Ihr habt die Möglichkeit, seid fair, aber schlagt hart und präzise zu. Ich eröffne die Runde hiermit. Welche Film- oder Serienfigur stinkt am schlimmsten? Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Golgatana, der Scheiße-Demon, das klingt natürlich echt hardcore, aber ich muss da sagen, dass deine Frau ein sehr gutes Argument aufgebracht hat, weil der Golgatana als Scheiße-Demon ist natürlich prädestiniert, auch am schlimmsten zu stinken. Aber das ist so offensichtlich, dass ich dagegen argumentieren würde, dass das definitiv nicht die am schlimmsten stinkende Figur ist, weil ein Dämon per se ja auch aus der Hölle kommend sicherlich böse Absichten hat. Aber die böse Absichten durch den Geruch, den man absondert, auch als Scheiße-Haufen, vielleicht ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen werden. Deswegen glaube ich, ist da eher die Abschreckung eines Dämones wichtiger als der Gestank. Deswegen glaube ich, dass der Golgatana an sich stinkt, aber ich kann nur noch mal sagen, dass Barney Geröllheimer aus der Steinzeit, ein sehr freundlicher kleiner Mann, der unterjocht wird von Fred Feuerstein, all die Dinge zu tun, die Fred gerne möchte, um reich zu werden, ausführt. Und jetzt kommt mein stärkstes Argument, oder eins der stärksten. Überlegt mal, wie das ist, wenn man die ganze Zeit ein Mammutfeld trägt. Das wird ja nicht gewaschen. Er hat ja nur ein Outfit. Und ich sag ganz kurz, und dann kannst du gerne weiterreden, Silke. Ich habe mal ... Ja, da ist er. Er sieht nett aus, aber er stinkt. Und ich möchte gerne eine Geschichte kurz anbringen. Ich habe mal vor Jahren ... Vor Jahren ... Hier oben an der Glacierschaussee zwei Anhalterinnen mitgenommen, weil es in Strömen geregnet hat draußen. In Strömen geregnet hat. Sie haben gestunken? Nein, und ich hatte Mitleid mit ihnen. Und eine von ihnen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es ein Mammutfeldpulli war, aber sie hatte einen Wollpulli an und hat jemand von euch schon mal einen Wollpulli nach dem Regen gerochen? Ja, das riecht wie Hund. Siehste. Wie nasser Hund. Das riecht wie Hund. Aber jetzt mal ehrlich, ein Hund ist noch weit erträglicher als ein Riesenhaufen Scheiße. Aber in der Steinzeit haben alle Menschen gestunken. Du kannst nicht eine Figur aus einer Zeit rausnehmen, in der alle gerochen haben. Dann kannst du auch jede Figur aus jedem Mittelalter nehmen. Oder jede Figur aus ... Moment, Moment, Moment. Jetzt kommen wir aber mal zum einen wesentlichen Punkt. Ich sehe eine gezeichnete Figur oder ich sehe vielleicht, wenn ich Glück habe, noch Rick Moranis in seinem Studiokostüm. Wo wird mir verdeutlicht, dass der stinkt? Nicht einmal. Eben nicht einer Folge von Fred Feuerstein. Es geht ja nicht darum, es geht nicht darum, was dir suggeriert wird durch den Film, sondern es geht darum, die Frage lautet ja, welche Film- oder Serienfigur stinkt am schlimmsten? Aber das ist ja mit nichts bewiesen. Dass er stinkt? Ja. Nee, aber meine Argumentation fußt ja genau auf diesen Prinzipien, dass ich sage, Steinzeit ist Körperhygiene echt schlecht. Er hat einen Mammutfeldpulli an, schwitzt er die ganze Zeit rein, es regnet, das wird immer stinkender. Wenn er mal auf Klo geht, ich kenne kein einziges Klo bei den Flintstones, dann kannst du dir vorstellen, dass eins und zwei vielleicht mal im Mammutfeld hängen bleiben. Ja, und gerade mal, wo dein Klo berandet, auf meinem Scheißedämon. Aber nein. Nein, der Scheißedämon ist ja in der Hände. Mein Scheißedämon ist deine Steinzeit plus Scheiße. Nein, das ist ja ein Scheißedämon, das ist ja zu einfach. Aber kein anderer ... Es geht um schlimm stinken, nicht um einfach stinken. Kein anderer in der Steinzeit hat Barney Gröllheimer gerochen, weil die alle so gerochen haben. Aber ist ja egal, aber trotzdem stinkt er am schlimmsten. Dein Scheißedämon wird von Silent Bob mit einem Duftspray getötet. Weil die Furze von Jay mindestens genauso schlimm sind wie diese Scheißedämon. Aber wenn ein Furzgeruch der schlimmste Geruch ist, den es auf der Welt gibt ... Ganz im Ernst, ich bin stolz, wenn ich mal furze. Das freut mich für dich, Steven. Herzlichen Glückwunsch. Spricht aber auch nicht wirklich für Barney Gröllheimer. Doch. Warum? Was hat in Barney Gröllheimer mit meinen Furzen zu tun? Nichts. Nee, siehst du, genau. Ich sage einfach nur, dass er stinkt. Dein Vieh hört aufzustinken in dem Moment, wo eine Spraydose rausgeholt wird. Meine Figur kann ihren Geruch nicht ablegen und würde es so gerne. Er selber hat es nie wahrgenommen und er selber wird in einem Moment der Demut darauf hingewiesen, dass er einen Geruch an sich haftet hat. Aber lass uns ... Der allein ... Nein, lass uns wieder zu Barney Gröllheimer kommen. Nein, lass uns doch mal die Fakten zu ... Was bedeutet ... Also Scheiße ist ja ein ganz klarer Einzelgeruch, den ich unerträglich finde. Aber Barney Gröllheimer hat unterschiedliche Gerüche, die sich zusammenformen zu einer unfassbaren Geruchsstufe und Welle. Den hatten alle. Das heißt, es ist nicht nur Scheiße. Niemand hat es gerungen. Es ist Schweiß. In 20 Jahren riechen viele alle vielleicht anders. Es ist keine Körperhygiene. Er arbeitet mit Steinwerkzeugen. Das heißt, es ist noch zusätzlich in Dreck und Wust und allem Pipapo. Um mal kurz den Film zu zitieren, aus dem mein Dämon stammt. Die Römer kreuzigten auf Golgatha dort auch alle anderen. Bis auf Christus lauter Mörder, Diebe, vergewaltiger. Wenn die gekreuzigten starben, lösten sich ihre Muskeln und Darmblase leerten sich. Das Resultat ist dieser zweibeinigen Haufen Scheiße, der golgathanische Scheißedämon. Also, da stammt quasi Scheiße aus unterschiedlichster Couleur und sozialer Schicht. Aber am Ende ist es ja immer noch Scheiße. Es ist alles, was der Mensch jemals verdaut hat, es landet auf diesen ... Ja, genau. Aber es ist alles, was der Mensch jemals eigener Eing. Wir sind alle Eltern. Wir wechseln jeden Tag Windeln. Wenn Scheiße wirklich der schlimmste Geruch wäre, dann würden wir alle nicht überleben. Da muss ich deiner Frau absolut recht geben. Und es ist immer noch ein einziger Ruch. Wir wechseln eine. Nee, aber was ist denn das Schlimmste? Hast du früher mal eine Stinkbombe gemacht? Steven, ganz kurz, du kannst bitte mal Schreck ausreden lassen. Es ist eine einzelne Windel und wir reden hier über Äonen von Windeln. Es potenziert sich. Warst du schon mal bei der ... Nur ein Beispiel. Warst du schon mal oder bist du mal früher an der Astra-Brauerei auf der Reepermann vorbeigelaufen? Ja. Da hat's furchtbar gestunken, weil zu viel Bier da war. Aber wenn du an einem einzelnen Bier riechst, dann riecht's nicht so schlimm, oder? Ah, okay. Ja? Gut. Also du sagst, die Masse macht die Klasse, was den schlimmsten Gerüchen ... Aber ich sage, die Vielfalt der schlimmen Gerüche ist das Schlimmste. Alles. Und jetzt nur eine Sache. Parasite, find ich wundervoll. Es ist absolut richtig, was du sagst. Es ist vor allem auch im Effekt her eine der schlimmsten Gerüche, die dort visualisiert wird. Aber tatsächlich wird sie nur von einer Person im gesamten Film wahrgenommen. Alle anderen nehmen's nicht so wahr oder empfinden's nicht so oder drücken's zumindest nicht wirklich so aus. Ja, natürlich drückt seine eigene Familie es nicht so aus, weil sie's auch nicht riechen. Aber es ... Weil sie selbst so riechen. Und da sind wir wieder bei der Familie. Und das ist das Argument, was du Barney Grölheimer vorwirfst. Genau. Und die eigene Familie riecht es auch nicht. Es riecht nur der reiche Schnösel, der morgens parfümiert in die Unterwäsche steigt. Aber ich muss immer noch sagen, es gibt immer nur zwei Gerüche bei euch. Einmal der Körpergeruch von unserem Familienvater aus Parasite und bei dir ist es einfach nur die Scheiße und Urin. Und Körpersäfte. Wenn das Methangas aus Fäkalien verdampft ist, dann riecht Scheiße gar nicht mehr. Deswegen kann dein Scheißerhaufen gar nicht nach Jahrhunderte oder Jahrtausende alte Scheiße stinken, weil alte Scheiße hört auf zu schicken. Aber es kommt ja immer neue Scheiße hinzu. Tagtäglich sterben Menschen, tagtäglich sterben schlechte Menschen und deren Scheiße landet auf dem Golgatana. Und der Golgatana stirbt, ich betone es nochmal, wenn er mit Duftspray zugespült und in dem Film. Dann ist er vielleicht ein schwacher Dämon, aber es heißt nicht, dass er schlecht berichtet. Aha, schwacher Dämon. Ja, Moment. Schwacher Schatz, Jo. Er kann doch trotzdem schlimm stinken. Er wird schon allein, er wird schon in der ersten Szene werden schon Leute in Szene gesetzt, die versuchen zu vermitteln, wie übel dieser Typ riecht. Und da läuft er nur als braune Brühe aus dieser Kloschüssel raus. Und er ist noch nicht mal im Raum. Er ist noch nicht mal im Raum. Und die Leute fangen schon an, darauf zu reagieren und zu riechen. Und der Einzige, der wirklich gar kein Problem damit hat, ist Jay. Der meint, ey, gehört der Stinke zu uns. Ja, und das ist der Einzige, der wirklich gar kein Problem hat. Und deswegen ist auch der Einzige, gegen der so ein wirklich effektives Spray braucht. Aber so schlimm kann der ja nicht stinken, wenn Jay kein Problem mit dem Geruch hat. Ja, Jay ist der Einzige. Von mindestens, keine Ahnung, 15 Personen im Raum. Scheiße, stinkt. Dann machst du das Fenster auf, dann stinkt es nicht mehr so gut. Aber ein Geruch, den du nicht abwaschen kannst, der dich demütigt, der ihn so sehr demütigt, da haben wir lange drüber diskutiert, dass er am Ende, als er die Gelegenheit hat, seiner Tochter das Leben zu retten, indem er den Autoschlüssel nimmt und einfach mit ihr abhaut und sie ins Krankenhaus fährt. Er entscheidet sich dagegen, weil er so verletzt ist in seinem Ehrgefühl, dass er anstatt seine Tochter zu retten, auf den reichen Vater losgeht, der ihn beleidigt. Das ist ein moralisch schlimmer Geruch, stimme ich vollkommen zu. Schlimm, ja. Moralisch schlimm, stimme ich vollkommen zu. Aber es kann auch nicht so schlimm gewesen sein, dass zum Beispiel nicht auch seine eigene Familie die darauf hingewiesen hat. Weil die doch im selben Loch gewohnt haben und deswegen haben sie diesen Geruch alle angenommen. Ja, aber es ist ja wieder die Definition dessen, was schlimm ist. Ist es der Golgertan, weil er nach Scheiße riecht? Ich finde, auch das erträgst du ja irgendwann. Ist es der Familienvater aus Parasite? Der es nicht mehr ertragen konnte. Der es nicht mehr ertragen konnte und der moralisch ein Problem hatte. Das war nicht nur ein Gestank, der nach außen drang, sondern der ihn auch selber fertig gemacht hat. Oder ist es der unschuldige, bahnige Röllheimer, der nicht nur nach Scheiße riecht, sondern unterschiedlichste, grausame Gerüche mit sich triecht. Aber nichts sind seine Medium-Deutschen. Aber es geht doch gar nicht darum, ob das im Medium angeschwollen wird, sondern es geht darum, was interpretiere ich als die Person, die am meisten stinkt. Und ich sage dann am Ende, in der Steinzeit, du musst dir vorstellen, in der Steinzeit, da wo bahnige Röllheimer mit Fred Feuerstein und den anderen und Bam Bam gewohnt hat. Das war mitteleuropäisches Klima im Sommer. 20 Grad. Das heißt, du hast dauernd geschwitzt. Wenn du das dein ganzes Leben lang im Mammutfeld trägst, dann, ich glaube, du wirst einfach immun gegen deinen eigenen Gestank. Außerdem habe ich es ja schon angesprochen. Er hat hart gearbeitet, er musste mit dem hier Steinauto die ganze Zeit immer hin und her laufen. Er wurde als Lakai genutzt von Fred Feuerstein. Es wussten alle. Okay. Ja, aber trotzdem, aber ich sage ja, aber er ist derjenige, der am genügsamsten ist. Fred war ja die ganze Zeit immer angezündet. Aber ich glaube, dass Barney gesagt hat, ich stinke, aber ich genieße mein Leben. Barney und Papa Parasite stinken unter ihresgleichen einfach nicht. Wohingegen der Scheißedämon für alle stinkt. Außer vielleicht eine Einzige. Also, ich glaube, wir haben genug gehört. Ich habe das schon mal gehört, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für diese Runde, auf jeden Fall. Ich glaube, man hat es förmlich gerochen, wie ihr das fantastisch beschrieben habt. Großartig. Tolle erste Runde. Ich fand sehr, sehr schöne Antworten, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, kann Sandro noch irgendwelche Fakten überprüfen davor, was noch passiert ist? Sandro, bis hast du da irgendwo in die Nase gespitzt, was da falsch beschrieben wurde. Stinken Mammuts wirklich so, wie Steven behauptet? Um ehrlich zu sein, bin ich sehr froh, dass ich nicht factchecken muss an dieser Stelle. Also, danke schön, dass ihr mich nicht aktiviert habt. Aber was ich sagen kann, ist, dass das Chatvoting jetzt eröffnet ist. Auf der schönen Webseite von uns könnt ihr mal hier draufgehen, auf diesen Button mit diesem Joystick und dann könnt ihr auf jeden Fall voten. Aber ich bin gespannt, wie sich Fluchteam entscheidet. Es ist nicht so einfach. Und was ihr sonst noch so geschrieben habt, da schauen wir gleich drauf. Genau, hier ist dieser Joystick. Ihr habt schon gute Fragen auch geschickt. Also, da gucken wir gleich noch rauf, was ihr alles bei Twitter rausgehauen habt. Aber was eine schöne Diskussion. Ich hab jetzt schon sehr viel Spaß. Ja, sehr, sehr schön. Und ich fand's auch toll, dass ihr drei sehr unterschiedliche Antworten genommen habt und diese Frage auch so ein bisschen unterschiedlich beantwortet habt. Erstmal Steven, der sehr auf Barney Geröllheimer draufgehauen hat. Ich weiß nicht, ob da irgendeine persönliche Fede vorliegt, ob ihr da irgendwie noch eine Rechnung offen habt. Das ist ein Traum aus meiner Kindheit. Nein, gibt's nicht. Also, da wurden teilweise auch sehr wilde Behauptungen in den Raum gestellt. Erstens, dass Mammuts sehr stinken würden, dass Barney sich nie wäscht. Ja, dass er anscheinend auch in seine Kleidung defekiert. Das sind alles nur erstmal Behauptungen, die erstmal nur im Raum stehen, aber für mich noch nicht bewiesen wurden. Aber es gibt auch keinen, der das noch nicht, also das Gegenteil bewiesen hat. Und Silke hat auch schön dagegen argumentiert, dass er nicht besonders raussticht aus seiner Umgebung, weil alles, was er für ihn gesagt hat, auch für andere gilt. Und Schröck hat auch völlig richtig gesagt, dass nichts in dem Medium darauf hinweist, dass er besonders schminken würde. Aber sehr, sehr schöne Antwort hier gewählt. Aber er hat mir ein bisschen leid getan, Herr Barney, um ganz ehrlich zu sein in der Runde. Von Silke fand ich sehr schön, du hast einen ganz anderen Weg gewählt, nämlich du bist vielmehr darauf eingegangen, was es nämlich bedeutet für denjenigen, der stinkt. Also was damit einhergeht für diese Person. Also diese Demütigung, diese Entwürdigung, diese Verzweiflung, diesen Gestank nicht ablegen zu können, was es überhaupt mit jemandem macht. Und dass dieser Gestank vielleicht sogar für die Person, die ihn aussendet, viel schlimmer ist, als für die Person, die ihn ertragen müssen, weil die Person selber nicht wirklich davor fliehen kann. Und wie du auch beschrieben hast, sie im Endeffekt so sehr mitnimmt, dass er am Ende zu dieser drastischen Handlung gegriffen hat. Also fand ich sehr schön beschrieben. Schröck, du hast gesagt, das Einzige, was mehr stinkt als Scheiße, ist sehr viel Scheiße. Das hast du betont. Und es ist sehr viel Scheiße aus verschiedenen Zeiten von verschiedenen Menschen ganz, ganz viel. Also auf jeden Fall hier schön beschrieben, kann man sich gut vorstellen. Es ist auch, sage ich mal, die ekelhafteste Szene, wenn man sie so anschaut. Silke hat dagegen argumentiert, dass es zwar ein Gestank ist, der schlimm ist, aber leicht besiegbar ist. Man kann ihn einfach wegsprayen und somit kann es eigentlich nichts so wahnsinnig Schlimmes sein und es im Endeffekt eigentlich auch nur Scheiße ist, mit der wir jeden Tag tagtäglich intensiv zu tun haben. Von daher fand ich hier in der ersten Runde am kreativsten, schönsten und nachvollziehbarsten argumentiert hat für mich Silke. Deswegen geht der erste Punkt hier an Silke. Herzlichen Glückwunsch für den Familienvater aus Parasite. Sehr schön, szenjastisch argumentiert, fand ich toll. Okay, der Punkt geht an Steven, ich nehme mal zurück, Steven kriegt den Punkt. Nein, nein, nein. Aber das finde ich auch. Ich finde auch, Silke hat echt super argumentiert. Ja, sehr schön argumentiert, sehr schön ausgelegt. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie die Community sich entschieden hat. Sandu, hast du da schon ein paar Zahlen für uns? Uns die Zahlen anschauen und das Voting anschauen beziehungsweise die Ergebnisse vom... Na gut, dann gucken wir uns die jetzt an, liebe Regie. Barney ist da auf dem dritten Platz, ganz knapp. Dann danach der Name dessen... Ja, den Namen, den ich nicht vorlesen kann. Und der Kackehaufen hat tatsächlich gewonnen in dieser Auswahl. Aber Florentin, du hast ja letztendlich entschieden. Wow, ich finde es faszinierend, dass Barney immer noch gnadenlose 28 Prozent kriegt. Aber okay, es scheint anscheinend, viele haben ein Problem mit Barney. Ich habe auch noch was zu Barney zu sagen, denn einige haben mich darauf hingewiesen, dass ja tatsächlich auch es Duschen gab für Barney. Und zwar hier sehen wir es, ist ein reinlicher Mann. Ah, guck mal. Zum einen das und hier gibt es auch noch zwei weitere Bilder bei den Flintstones. Gibt es Seife und Duschen? Deswegen sagen die Leute auch, ich muss Steven Gäthchen leider widersprechen, weil sie in der Welt von Fred Feuerstein schon in der Steinzeit Duschen hatten. Aber das ist doch super. Gar nicht gestunken haben. Aber dann haben wir das Mysterium um Barney Geröllheimer geklärt. Ich danke euch sehr. Dass uns alle so beschäftigt haben. Und ich habe keinen Beef mit Barney. Ich habe keinen Beef. Ich wollte nur nicht in diese Entscheidung reinreden vorher, bevor Florentin sich entschieden hat. Was die Leute sonst noch so gesagt haben. Ja, hier wunderbares Zitat von Steven Gäthchen. Ich bin stolz, wenn ich mal furze. Also only at Filmfights, sage ich mal. Wo sonst könnt ihr solche tollen Zitate hören? Die erste Runde von Filmfights hat schon Kultpotenzial. Sagt auch jemand auf Twitter. Also die erste Runde war schon sehr, sehr spaßig. Und wir können mal gucken, was ihr sonst noch so gewählt hättet. Da wurde zum einen auch erwähnt Chewbacca. Zum einen Chewbacca im Regen natürlich, weil er ja viel Fell hat oder auch im Müll schlacht. Dann war ich mit dem Mammutfell ja gar nicht so weit weg, wenn jemand sagt, Chewbacca stinkt auch. Ja, guter Punkt. Und, ähm, was... Ja, guck mal, Schrock wollte gerade was sagen. Was für mich auch ein guter Punkt ist, hier der Pinguin aus fällt, wenn's rückkehrt, da der ja die ganze Zeit im Abwasserkanal lebt. Das muss auch wahnsinnig stinken. Also das wäre auch ein guter Pick gewesen. Aber ich finde, ihr hattet alle drei tolle Picks und, ähm, Glückwunsch, Silke, für den ersten Punkt. Dankeschön. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber es ist noch nichts entschieden. Wie gesagt, wir haben noch eine ganze Reihe an Fragen vor uns, unter anderem in Runde Nummer zwei. Ja, ihr drei schaut jede Woche, jeden Tag Filme. Ihr habt wahrscheinlich schon unendlich viele Filme gesehen. Ihr kennt wahrscheinlich sehr spezielle individuelle Filme, die ganz besondere Dinge machen. Aber wenn man viele Filme sieht, dann fallen einem natürlich auch Dinge auf, die sich immer wieder wiederholen und bei denen man anfängt, die Augen zu rollen, wenn sie dann immer und immer wieder kommen. Ihr werdet wahrscheinlich tagtäglich dann von gefoltert werden. Und genau darum geht es in unserer zweiten Frage, die da nämlich lautet, welches ist das nervigste Filmklischee, die nervigste Trope, was ihr absolut nicht mehr sehen könnt, wo ihr am liebsten sagen würdet, das darf nie wieder in einem Film vorkommen. Ich bin gespannt auf eure Antworten. Wir fangen mal mit Silke an. Was mich am meisten in Filmen nervt, egal welchen Genres, ist, dass es keine normalgewichtigen Frauen gibt. Es gibt entweder Supermodels und das sind die Hauptdarstellerinnen, die Nebendarstellerinnen. Jede Frau hat eine Supermodelfigur. Oder es sind übergewichtige Frauen und dann ist es auch direkt Thema des Films, dass sie übergewichtig sind. Und es gibt nur Frauen, die 55 Kilo wiegen oder 150 Kilo und es gibt keine einzige Frau, die 75, 80 oder 85 Kilo wiegt. Und das fällt mir immer wieder auf, spätestens wenn die Frau sich entkleidet und ich denke, ach, sie hat keinen Gramm Fett an ihrem Bauch. Steven, was regt dich auf? Also ich bin gar nicht so philosophisch wie die Silke rangegangen. Ich merke gerade, dass meine Tipps in eine andere Richtung driften. Also es gibt viele Filmklischees, die mich stören. Ich bin jetzt auf eins eingegangen, das ich interessant finde, weil ich es auch komisch finde. Es ist ein Filmklischee, dass Telefonate nie einen Anfang und ein richtiges Ende haben. Also es sagt in einem Telefongespräch nie jemand am Ende Tschüss oder auf Wiedersehen, sondern die enden immer im Entweder wird aufgeknallt oder also auf jeden Fall, es gibt kein normales Telefongespräch im Film. Okay, Schreck. Okay, mein nervigstes Filmklischee ist tatsächlich auch ein bisschen weitläufig, denn es kommt fast in allen Genres vor oder in allen, weiß ich nicht, Spielarten des Films. Es sind die sogenannten für mich, ich nenne sie jetzt einfach mal so, Erklärungsdialoge. Dialoge, die kein Mensch führt, aber die dem Zuschauer irgendwelche wichtigen Informationen geben. Das kann entweder der Bösewicht bei James Bond sein, der nochmal kurz seinen Monolog halten muss, weil er irgendwie Bond beweisen will, wie geil er ist. Das kann aber auch die beste Freundin sein, die sagt, ach, hast du nicht letzte Woche von ihm getrennt, nachdem er irgendwie fünf Tage lang mit einer anderen Frau unterwegs war, die auch noch an Krebs leidet und du deswegen nicht ein schlechtes Gewissen kriegen wolltest. Und es können aber auch solche Sachen sein, wie irgendwie der allwissende Erzähler oder eben halt sowas wie der Architekt bei Matrix, der dann plötzlich nochmal auf einem Drittel, nee, nach zwei Drittel des Films auftaucht und das Ganze für, ja, die Leute zusammenfasst, die noch nichts verstanden haben. Und ja, diese Erklärdialoge führen meistens zu sehr krummen Ergebnissen und halt zu Gesprächen im Film, die ein normaler Mensch eigentlich nie finden würde oder die halt auch in ihrer Häufigkeit ziemlich viel, ja, also einfach stören. Erklärdialoge. Drei nervige Klischees, die Runde ist frei, fight! Ich brauch die Erklärdialoge, sonst würde ich dich die ganze Zeit fragen und im Kino stören, weil ich nicht immer alles sofort mitbekomme. Und dann freu ich mich, wenn's nochmal für den dümmsten anzunehmenden Zuschauer, ja, das bin in dem Fall ich, erklärt wird, weil ich sonst nicht folgen kann. Ich sag ja auch nichts gegen einen, ich sag ja einfach nur gegen die Häufigkeit und halt auch wirklich die Regelmäßigkeit, in der Filme diese Erklärdialoge positionieren. Da kannst du die Uhr nachstellen. Also wie leicht willst du es dir noch machen? Ich verstehe, dass man bei gewissen Filmen hier und da einen erklärenden Part braucht, das will ich auch gar nicht sagen. Aber eine der größten und wichtigsten Regeln im Film heißt Show, Don't Tell. Und das hat schon Sergio Leone 1966 mit The Good, The Bad, The Ugly klargemacht, als dieser Revolver-Typ da reinkommt. Tuco sitzt in seiner Badewanne und er stellt sich hin, ha, ich warte seit acht Monaten drauf, dich irgendwie fertig zu machen. Auf jedes Pferd, in jedes Kaff, als ich gekommen bin, hab ich irgendwie versucht, dich zu killen. Und was macht Tuco? Bam! Knallt ihn ab und sagt dann, ey, wenn you have to shoot, shoot, don't talk. Und das ist das Thema. Das war schon 1966 Thema und das sollte eigentlich heutzutage auch Thema sein. Aber nein, sie ergehen sich in so vielen Erklärungen. Immer und immer wieder. Ich muss nur, wenn ich allein an Interstellar denke, wie, vielleicht kennst du die Szene noch, wenn Matthew McConaughey bei dem Lehrer in der Schule sitzt. Da sagt er, sie sind ein intelligenter Mann und Pilot und Ingenieur. Ja, aber wir brauchen keine Ingenieure, wir brauchen Farmer. Ja, aber ich kann doch meinen Sohn irgendwie nicht nach einer Zahl bewerten. Aber wir müssen doch über ihre Tochter reden. Wieso? Ich hab ihr doch nur ein Buch mitgegeben, und das noch ungeschnitten ist. Damals, als irgendwie wir wirklich noch sagen konnten, dass die Amerikaner auf dem Mond waren. Ja, das haben wir nur erzählt, damit die Russen irgendwie den Wettlauf starten. Aber geil, dass wir so fasziniert gerade zuhören. Aber ich gebe zu, der Dialog nervt gerade. Das sind drei Minuten, in denen komplett die gesamte Welt einmal erklärt wird, anstatt dass Nolan ein Bild dafür zeigt. Also ich glaube, also entweder machst du deine Hausaufgaben als Filmemacher nicht richtig und dann musst du diese Erklärvideos einsetzen und ich finde, Christopher Nolan und Interstellar sind halt ein Beispiel, das hinkt ein bisschen. Erklärvideos, ich bin da, sag ich mal, ein bisschen zwiegespalten, weil manchmal finde ich es gut, weil manchmal finde ich, fasst es vielleicht nochmal eine emotionale Situation zusammen, auch inhaltlich, dass man nochmal abgeholt wird. Es gibt genügend Filme, die sich selber verkomplizieren und das braucht man dann, um einfach den roten Faden gemeinschaftlich mit den anderen Menschen im Kino zu finden. Es gibt Situationen, in denen ist es total unnötig. Ich kann auch total verstehen, was du gesagt hast. Also Film will, will die Realität widerspiegeln, spiegelt sie aber in vielen Situationen. Deswegen ist es schwierig für mich, Argumente dagegen zu finden. Ich glaube, das ist ja immer das Ideal, dass man etwas angucken möchte. Das ist dieses Klischee, das ist die dicke Freundin von der Hübschen und sie hilft ihr und am Ende werden dann alle irgendwie doch glücklich. Kann ich verstehen, aber in all diesen Filmen, in all diesen Situationen, muss man ja sagen, Reulhammer ist nicht da. Aber in all diesen Filmen, und ich weiß, ihr seid da auf einer viel philosophischen und höheren Ebene, aber was mich einfach stört ist, dass ganz häufig in Filmen, und da sind wir jetzt ja alle bei dem Punkt, Dinge eingesetzt haben als Mittel zum Zweck, aber trotzdem nie die Realität wiedergespiegelt wird. Also ich sag mal so, wenn ein Notruf abgesetzt wird, in der Realität, ob du die Polizei anrufst oder die Feuerwehr oder du rufst deine beste Freundin an oder du brüllst jemanden an oder versuchst irgendwie ein Gespräch zu wetten, gibt es vielleicht zwei Prozent dieser Situationen, wo du wirklich den Hörer aufknallst, nichts sagst. Aber in den meisten hast du ja einen gewissen Rhythmus, wo du sagst, Hallo, hier ist da und tschüss und bis bald, auf Wiedersehen, irgendwas. Aber das passiert nie. Es passiert in keinem Film. Egal, ob das Action ist, ob es Drama ist, ob es eine Comedy ist, ist, die Telefongespräche sind immer abgehackt. Würde ich jetzt widersprechen. Also weil du sagst, in keinem. Ich würde da schon, sag ich mal. In vielen. In vielen. Ja, genau. In vielen. Genau. Also bei Heat zum Beispiel. In der Gewichtung sind das natürlich Themen, wenn du sagst, erzähl, erklär Videos und du sagst auf der anderen Seite, das Klischee der dicken und der dünnen Frau ist natürlich ein Telefonanruf bei weitem nicht in der gleichen Klasse als Argument. Aber das ist zum Beispiel etwas, was mich nervt. Vor allem muss der Film aber dann auch halt in einer Zeit spielen, in der es Telefone gibt oder in einem Universum spielen, in dem es Telefone gibt. Ja, gibt's ja in einem ganz schön vielen Film. Ja, ich weiß, aber es gibt halt noch eine ganze Menge mehr, in denen es halt noch keine Telefone gibt, zum Beispiel. Western. Ja, aber was ist das für ein Argument gegen meinen Klischee? Ich sag ja nicht, das Klischee ist, warum gibt's im Sergio Leone Western kein Telefon, obwohl es gibt in einigen Western ein Telefon. Also eure beiden Klischees kann ich nachvollziehen und jetzt, wo du sagst, fällt's mir auch auf, aber eure beiden Klischees beziehen sich auf jeweils eine Szene aus einem Film und das, was mich an Filmen stört und ich denke und fürchte, dass es nicht nur mich, sondern viele Zuschauer und vor allem Zuschauerinnen stört, zieht sich durch den ganzen Film hindurch und es stört mich nicht, dass Wonder Woman besser gebaut ist oder dass die Bond Girls super gebaut sind, aber gerade, wenn mir ein Film eine Normalo-Geschichte erzählen will und das ist eine von uns und mir suggerieren möchte, dass ich mich mit dieser Person identifizieren kann, dann stört es mich, dass sie sich irgendwann entkleidet und aussieht wie ein Supermodel und dass das nur bei den Frauen so ist und nicht bei den Männern. Wenn es bei ... Naja, also ich glaube, das Problem ist einfach, das bezieht sich nicht nur auf Frauen, sondern auch auf Männersituationen. Aber das ist ein minimaler Dicken Sidekick zum hübschen Mann. Gibt's ja genau so. Also ich weiß, es gibt zum Beispiel aber auch die eine berühmte Aussage, ich weiß nicht, wer es gemacht hat, aber es hieß als Brad Pitt einen in Troja und in Fight Club irgendwie mal aufgetrumpft hat, da war es für alle anderen vorbei. Weil da mussten sich alle anderen an diesem Ideal irgendwie anpassen. Also das ist jetzt, ich will jetzt gar nicht als starkes Argument verkaufen, ich sage nur, dass diese Vorstellungen und diese Idealvorstellungen halt auch schon bei Männern oder für Männer existieren und gelten. Das war bei Florentin. Sorry, alles gut. Florentin hat nämlich nicht richtig aufgelegt. Der darf auch noch nicht auflegen, wir sind noch nicht zu Ende. Nein, aber ich habe nur eine Frage. Gibt es denn Frauen, wo du sagst, ey, das ist für mich jetzt doch mal endlich ein normaler Typ oder halt einer, die nicht eben diesen beiden, sag ich mal, Extremerscheinungen entsprechen, die du jetzt benannt hast? Ich sage dir ein Beispiel und das Traurige daran ist, dass dann wieder die ganze Zeit übers Gewicht geredet wird, aber René Selviger in Bridget Jones hat eine ganz normale Körpergröße. Was wird sie da haben? Eine 42? 42 ist, glaube ich, die deutsche Durchführung. Aber was ich finde, was gegen dein Klischee spricht, ist, dass es nicht nur auf, also stark auf Frauen bezogen ist, also dem stimme ich zu, aber ich glaube, es gibt tendenziell ein großes Problem, in Filmen allgemein Realität darzustellen. Also nicht nur, was die weibliche Person angeht, also dieses klassische Klischee, was wir angesprochen haben, die dicke Freundin zur hübschen, keine Ahnung, schüchternen Frau oder umgekehrt die smarte, dicke Freundin, die, keine Ahnung, das Highschool, Cheerleader, Kapitän, Superfrau, sage ich mal, bekehrt. Aber das gibt es ja auch bei Männern. Ich glaube, das ist grundsätzlich ein Problem. Und ich finde, es ist als Argument, es ist überschattet, ist alles, worüber wir jetzt gerade sprechen, weil erzähl Dinge, also erklär Situationen in Filmen, sehe ich genauso. Aber die kommen am Telefon vor, die erzählen dünne und dicke Frauen und normalgebaute Frauen, egal wie, die erzählen sie aber auch halt. Am Telefon? Die erzählen sie aber auch über Intercom, die erzählen sie über Hologrammen, die erzählen sie per Buchstrommel, die erzählen sie halt sich von Angesicht zu Angesicht. Also, und es ist die Häufigkeit, die da halt nervt. Und in fast, egal welchen Filmen ihr aufgezählt habt, es kommt in jedem Film vor. Sehe ich genauso. Aber am Ende, wie gesagt, das sind zwei große Katzen, aber ich finde, es gibt ja auch Kleinigkeiten, die mich manchmal stören. Und diese Telefongeschichten, das klingt jetzt total banal, aber es nervt mich. Es nervt mich. Das ist okay. Das glauben wir dir. Das glauben wir dir absolut. Es nervt uns auch, aber es ist nur eine Szene in einem Film. Ja, genau. Und es ist nicht der ganze Film und alle Filme. Ich picke mir eine Kleinigkeit raus und du kommst gleich. Ja. Und du auch. Ich nutze die Chance. Es ist ein wichtiges Thema. Nein, es ist auch ein wichtiges Thema. Wenn sich Ryan Gosling auszieht in, wie heißt der Film? Crazy, Stupid, Love. Der zieht sich aus und sie hüpft vor ihm rum und sagt, oh, bist du gephotoshoppt? Bist du gephotoshoppt? Sowas habe ich noch nie gesehen. Niemals, wenn sich eine Frau im Film auszieht und aussieht wie ein Supermodel, wird das irgendwie thematisiert, dass sie aussieht wie ein Supermodel. Und dabei sehen die alle, die haben alle keinen Kram. Das stimmt nicht. Also ich sag zum Beispiel, einfach ein Beispiel beim ersten Mal mit Kathleen Heigl und Seth Rogen. Ja, da sind sie, landen sie nach der Disco-Nacht, landen sie in der Kiste und dann zieht er sie aus und er zieht sich aus und er sagt, Longshot. Ja, Longshot. Ja, Longshot zum Beispiel auch. Und dann sagt er, boah, du bist so viel hübscher als ich. Mit Charlie Stanton und Seth Rogen. Die ist auch hübscher als er. Ja, ist doch so. Viele Menschen sind hübscher als er. Das ist nicht mehr. Es wird doch thematisiert. Ja, aber es geht doch um den Körperbau. Ja, was soll ich denn sagen? Mann, bist du wundervoll mitteldurchschnittlich. Nein, es geht nicht um hübsch oder schön und um Gesicht und Haare. Es geht darum, dass die eine Kleidergröße 34 hat. Und der sagt nicht, oh, ist deine Taille gephotoshoppt? Du bist so schlank und wohlgebaut. Aber dann sprichst du, ehrlich gesagt, eher über den noch vorherrschenden auch ganz klaren Sexismus in diesem Film. Das ist ja nicht nur das Klischee, sondern es ist ja auch, sagen wir mal, diese Pseudo-Rolle, die jedem aufgedrückt wird. Also das ist ja fast Weinstein-esk. So weit wollte ich euch nicht. Nein, nein, nein. Aber darum geht's ja im Prinzip. Und da gebe ich dir auch recht. Also diese Klischees kotzen einen auch an. Aber manchmal machen sie auch die Kleider feiern. Das ist wie in einer Schweizer Armbanduhr. Das Gehäuse mag funktionieren, aber wenn ein kleines Rädchen nicht passt, kannst du die Uhr wegschmeißen. Also du findest einen Film scheiße, wenn diese Telefonate drin sind? Nein, ich schalte keinen... Nee, guck mal, das ist der Unterschied. Ich schalte keinen Film aus, nur weil die das Telefonat nicht richtig beenden. Das nervt mich. Aber wenn ein solches Klischee auftaucht wie bei dir, also was du jetzt auch gerade angesprochen hast, das nervt mich manchmal schon, weil es viel zu einfach ist. Das ist die Diskussion, die wir auch hatten. Über hier Conny und meinen Freund Kater Mau. In dem der männliche Erzieher oder Praktikant der Dorftrottel ist. Und nur Erklär-Dialoge von sich abgibt. Ja, und nur Erklär-Dialoge von sich abgibt. Und niemand ans Telefon geht. Steven, könntest du mir den Gefallen tun und mal vorspielen, wie das klingen würde, wenn ein Telefonat in einem Actionfilm realistisch beendet werden würde? Ja, ich könnte... Also stell dir mal vor, Expendables, Sylvester Stallone ruft Arnold Schwarzenegger an. Es klingelt. Es klingelt. Ja, hallo? Hier ist der Arnie. Ja, hallo Arnie. Hier ist Sly Stallone. Du, wir haben einen neuen Auftrag und du musst die ganze Bande kurz zusammenklöppeln. Also hier Dolph ist im ersten Teil noch dabei, danach ist er raus. Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis kommt auch noch dazu. Ja, jetzt lass mich doch mal. Mickey Rourke. Und denk dran, setz noch mal kurz einen Tee auf. Ich komme gleich bei dir vorbei. Tschüss. Ich freue mich, dich gleich zu sehen. Okay, damit ist die Runde beendet. Fantastisch. Vielen Dank für diese tollen Argumentationen. Schon wieder kein Punkt, ey. Sandro, kannst du irgendwas zum Thema Fakten sagen? Bist du da parat? Ich kann gerade Barney einbauen. Es gab keine Fakten zu checken, auch hier wieder. Aber ich meine, da sitzen halt auch drei Leute vom Fach. Von daher gab es eben diesmal nichts. Aber ich hab natürlich viele alternative Antworten bekommen, auf die wir aber gleich schauen können. Was ich sagen kann, ist, das Chatvoting ist jetzt eröffnet. Das war jetzt noch das Alte. Aber ich glaube, das wird gleich das Richtige sein auf der Webseite. Wieder auf dem schönen Joystick. Und dann kann man da raufgehen. Und dann stehen hier bei der Live-Umfrage stehen dann die Antworten, die ihr wählen könnt. Ich bin mal gespannt, wofür ihr euch dann so entscheidet. Denn das sind sehr diverse Antworten, wie ich finde. Also das geht von hier nach da. Und man könnte da noch so viel länger drüber reden, über diese drei Picks. Aber ja, ich bin gespannt, Florentin, wie du dich entscheidest. Ja, hier seht ihr die Antworten. Schreibt es in den Chat, wenn ihr mitvoten möchtet. Ja, wie gesagt, wieder drei sehr unterschiedliche Antworten. Sowohl von dem Gewicht, sag ich mal, von dem Umfang, als auch von der Art des Problems. Ja, Silke macht ja natürlich ein sehr großes Thema auf mit der Objektifizierung der Frau und mit unrealistischen Körperbildern. Das ist natürlich ein Problem, das jetzt nicht nur speziell im Film stattfindet, sondern gesamtgesellschaftlich. Aber sie hat da auf jeden Fall ein paar sehr gute Punkte angesprochen. Und es ist natürlich auch ein großes, wichtiges Problem. Ich finde, da kamen aber auch ein paar gute Ansagen auch von den anderen beiden, die da so ein bisschen dagegen gehalten haben. Aber natürlich muss man festhalten, ist natürlich ein schwerwiegendes Problem. Aber ich würde sagen, jetzt im speziellen Filmklischee, Filmtrupe, Dinge, die innerhalb eines Films aufstellen, finde ich, würde ich es da auf jeden Fall nicht ganz vorne sehen. Aber auf jeden Fall natürlich ein sehr wichtiger Punkt. Steven, du hast dich auf ein sehr spezielles Ski stehen gezogen und ich habe dir auch den Hass wirklich abgekauft. Und ich kann mir auch vorstellen, wie du in jedem Kinofilm laut aufschreist und aufstöhnst, wenn jemand nicht Tschau, mach's gut, wir sehen uns, sagt am Ende des Telefonats, habe ich dir auf jeden Fall abgekauft. Aber auch da kamen harte Argumente dagegen. Das ist natürlich nur ein kleiner Moment, nur eine kurze Sekunde, kommt nicht in jedem Film, kann vorkommen. Das ist natürlich ein relativ kleines Argument. Aber dein Hass war ehrlich, dein Hass war ernst. Das habe ich nicht in den Augen angesehen und abgekauft. Schröck, du hast mit den Expositionsdialogen natürlich ein sehr großes Thema aufgemacht. Das kommt in sehr, sehr vielen Filmen vor. Ich finde, du hast sehr, sehr anschauliche Beispiele gegeben mit Interstellar, aber auch gezeigt, wie es eben anders gehen kann mit dem Sergio Leone-Film. Und selbst Steven hat dich dabei unterstützt und hat gesagt, ja, es spricht für einen faulen Filmschaffenden, für einen faulen Drehbuchautor, der eben sein Handwerk nicht kann. Ich finde, du hast es perfekt zusammengefasst mit Show, don't tell, mit der Grundregel, die hier verletzt wird. Deswegen in meinen Augen, auch wenn es alle nervigere Klischees sind und ihr alle auf einem gewissen Punkt recht habt, für mich geht dieser Punkt an Schröck. Herzlichen Glückwunsch. Dazu muss ich nochmal was sagen. Das wollte ich natürlich nicht, weil das hätte Schröck von den Karten gespielt. Beim Fernsehen ist das ja genau so ein Riesenproblem. Mich kotzt diese Art des Fernsehmachens an, dass ja viele Fernsehmacher auch verargumentieren und sagen, wir machen ja für die Zuschauer das. Das heißt, du siehst einen Arzt, der in seinem Wartezimmer sitzt und dann sagen sie, und dann steht er auf und geht an seinen Schrank und holt einen Aktenordner rauf. Und der Voice-Over sagt dann, Dr. Schmidt sitzt in seinem Arbeitszimmer, steht auf und holt einen Aktenordner aus seinem Schrank. Wo ich dann auch immer denke ... Und ich meine, es ist zum einen nervig, wenn irgendwie der Bösewicht zum x-ten Mal irgendwie seine Knarre rausholt und seinen Monolog hält. Aber ich finde es dann auf der anderen Seite auch echt, teilweise dann kommst du dir so doof vor. So als würde dich der Filmmacher halt echt null ernst nehmen. Ja, aber weißt du, zum Beispiel, Erklärvideos, und das hätte ich im Nachhinein, ich hatte das nämlich auch auf meiner Liste, was mich nämlich zum Beispiel noch nervt als Klischee, Florentin, das kannst du vielleicht so als Punkt 1, 2, 3. Nee, aber ist euch mal aufgefallen, dass wenn die News eine Rolle spielen, passt es immer perfekt? Ja, das wollte ich, das hätte ich mal sagen. Er schaltet den Fernseher ein. Er schaltet den Fernseher ein. Und vor allem, das Ding ist, da ruft ja einer an, der sagt, schalt die News ein. Das heißt, er muss schon eigentlich gesehen haben, worum es geht. Und wenn er erst mal die News einschaltet, dann müsste das eigentlich schon längst vorbei sein. Nein, aber der Beitrag fängt genau da an und geht noch mindestens drei Minuten weiter, sodass auch wir alle verstehen. Oder in den Katastrophenfilmen ist es immer so geil. Sie machen irgendwas in der Küche, meist machen sie Frühstück, und dann schaltet irgendjemand den Fernseher an und dann hörst du so ... Tausende evakuiert. Genau, Asteroidensturm über Los Angeles. Was? Mach mal lauter. Ja, mach lauter. In den frühen Morgenstunden haben die Wissenschaftler entdeckt. Ich bin auch sehr gespannt, was die Community noch eingereicht hat als verschiedene Klischees. Es gibt da ja hunderte. Sandro, hast du Zahlen, Fakten und weitere Hinweise für uns? Ich hab da vor allem ein passendes Bild zu Stevens Antwort gefunden. Können wir mal raufschauen. Okay, ich hab's verstanden. So sieht Steven aus, wenn man einfach auflegt, ohne Verabschiedung, dann guckt Steven nämlich so, wenn er einen Film schaut, wo das vorkommt. Aber ich hab natürlich auch gefragt, was ist eurer Meinung nach das nervigste Filmklischee? Und da wurde zum Beispiel gesagt, Autofahrer, die mehrere Minuten von der Straße wegschauen, um Dialoge mit Beifahrern zu führen. Hier unten sehen wir's auch. Sehr gut. Das kommt so oft vor. Und das ist wirklich auch sehr unrealistisch natürlich. Oder das 15. Mal hochschalten, obwohl sie schon im 6. Gang sind oder so. Exakt. Auch so geil. Nee, und die fahren auf einer geraden Straße und der Steuerrad wird so. Ja. Ja, das ist gut. Und du denkst dir, Alter, was machen die? Vor allem, wie drehen die das eigentlich immer so? Setz dich mal rein und tu einfach so, als würdest du fahren. Oh Mann, ey. Es gibt so viele Filmklischees, auf die man jetzt kommt. Ey, cool. Welche denn noch? Dann gab's noch das Happy End. Aber ich mein, letztendlich, was ist denn das für ein Klischee? Dann wär die Filmindustrie doch sehr, sehr traurig, wenn das Happy End wegfallen würde. Ich auch manchmal. Reine Überzahl an Gegnern und Waffen fügt dem Filmhengen keinen Schaden zu. Das ist so das typische A-Team-Problem. Ist natürlich auch sehr häufig. Und hätte man auch verargumentieren können, in Jumpscares oder die Stille vor einem Jumpscare. Das ist natürlich bei Horrorfilmen auch, genauso wie es bei Horrorfilmen auch so ein Klischee ist, wir sollten uns aufteilen. Immer, immer eine gute Idee. Also, dass dieses Aufteilen ... Oder ich geh in den Keller, aber alleine. Ja, genau. Und mach das Licht erst, weil der Schalter ist ganz hinten am Ende des Kellers. Der ist nämlich nicht oben. Oh nein, wir haben keinen Handyempfang. Ja. Ja, es ist wirklich das Allerdings. Also, gerade bei Horrorfilmen, finde ich, gibt es sehr, sehr viele Klischees, wo man denkt, ey, never ever würde ich so ... Horrorfilme ist an sich so ein Klischee. Horrorfilme, muss man ehrlich sein, ohne die Klischees würden es auch nur halb so viel Spaß machen. Genau, und da sehen wir jetzt auch schon das Voting-Ergebnis. Und zwar, die Erklär-Dialoge sind ganz knapp vorn, wenn ich das richtig erkläre. Oh, gleich, gleich, gleich. Mit Telefonaten. Das hatten wir noch nie. Und ey, so eng hatten wir es echt noch nie. Und hinten raus dann das Gewicht. Alter Schwede. Also, man sieht schon, allein an diesen drei Picks und an diesem Voting-Ergebnis, dass ihr sehr gute Picks hattet. Und dass es gar nicht so einfach ist, gerade für einen Florentin hier überhaupt zu entscheiden. Aber das machst du sehr, sehr gut, Florentin. Ich bin gespannt auf die weiteren Runden. Ja, danke schön. Also, wir gehen ganz kurz in eine kleine Pause, erholen uns ein wenig, wärmen uns noch mal auf, schütten uns ein bisschen Wasser ins Gesicht. Und danach geht's weiter. Die geben sich hier überhaupt gar nichts, die drei Falter. Es steht 1 zu 1 zu 0. Momentan eine Frage. Und den großen Pitch mit zwei Punkten haben wir noch. Also, es ist alles möglich. Jeder hat die Chance, noch ins Finale einzuziehen. Wir gehen ganz kurz in die Werbung. Und danach geht's weiter mit Frage Nummer drei. Bleibt dran. Hashtag FilmFights. Bis gleich. FilmFights. Herzlich willkommen zurück bei FilmFights mit einer absoluten Premium-Besetzung heute. Wie läuft's bei euch im Ring? Seid ihr mittlerweile warm? Wie schaut's aus? Jawohl. Ja, so. Ja. Cool, cool. Sehr gut. Freut mich. 1 zu 1 zu 0 steht's noch. Steven, noch keinen Punkt geholt. Nö. Ich bin sehr gespannt, wie du dich schlägst. Hier in Runde Nummer drei. Ja, ihr habt es vielleicht gemerkt, falls ihr die letzten Tage und Wochen mal rausgegangen seid. Es ist warm. Es ist schwitzig. Die Kleidung wird immer knapper. Die Nächte werden länger. Es ist ja diese besondere, besondere Zeit im Jahr. Man nennt sie Sommer, wo man sich nachts mit seinen Freunden auf Wiesen herumtollt, in den klaren Sternenhimmel schaut und eine unvergessliche Zeit hat. Es gibt natürlich auch sehr, sehr viele Filme, die dieses einmalige Gefühl versucht haben einzufangen. Und nach denen fragen wir jetzt in Frage Nummer drei, die da lautet, welcher ist der perfekte Sommerfilm? Es liegt natürlich im Ermessen der Kämpfer, das zu interpretieren. Also entweder ein Film, der im Sommer spielt, der den Sommer perfekt einfängt, den man persönlich mit Sommer am besten verbindet. Ich möchte wissen, warum ist dieser Film, den ihr gewählt habt, der beste Sommerfilm? Steven, du fängst an. Welchen hast du dir ausgesucht? Also ich bin an diese Frage rangegangen und habe gedacht, für mich muss der perfekte Sommerfilm wie ein perfekter Sommerdrink sein. Lecker, von dem ich nicht genug bekommen kann und den ich immer wieder gerne trinke. Und das ist definitiv für mich Almost Famous. Ein Film, der die perfekten Zutaten hat, die ich brauche, weil er für mich etwas repräsentiert, was ich schätze. Er ist smart, er hat tolle Figuren, er hat ein fantastisches Ende, er hat eine großartige Heldenreise und er hat auch tolle Musik dazu. Und er gibt mir einfach ein unfassbar wohliges Gefühl. Ich mag ihn sehr gerne, ich gucke ihn immer wieder gerne. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme und ich finde, er passt perfekt zu einem lauen Sommerabend im Autokino oder auf der großen Leinwand auf einem Platz, wo die Decken liegen. Man kuschelt sich aneinander, hat eine kleine Picknickdecke und man genießt einfach das, was da auf der Leinwand passiert. Schreck, welcher Film bringt dich zum Schwitzen? Ja, zum Schwitzen weiß ich nicht, eher zum Schwärmen würde ich sagen. Denn ich bin an die Frage rangegangen, ja, was ist der beste Sommerfilm? Welcher Film repräsentiert am besten den Sommer? Das heißt, sowohl vom Gefühl her, aber eben halt auch von der Jahreszeit her. Und da gibt es für mich, also von den Eigenarten der Jahreszeit her, und da gibt es für mich eigentlich nur eine Wahl, obwohl ich lange mit mir gehadert habe, ob ich nicht auch noch einen anderen Film nehme, aber ich habe mich dann letztendlich für Stand by Me, das Geheimnis eines Sommers entschieden. Hier geht es um vier Jungen, die sich auf die Suche nach einer Leiche machen, die von einem Zug erwischt worden ist und jetzt irgendwo in einem Wald liegen soll. Und die vier brechen halt, haben die Eltern belogen und brechen halt auf in eben, ja, in eben ein Abenteuer, in das Abenteuer eines Sommers mit all seinen Gefühlen, mit seinen Ängsten, mit seinen Hoffnungen, mit seinen Erwartungen, aber eben auch mit all seinen Schönheiten, die eben ein Sommer zu bieten hat, wie das Schlafen unter freiem Himmel, das Spazieren auf Schienenstrecken oder halt auch das Grillen von irgendwelchen Marshmallows am Lagerfeuer und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich nicht nur gefühlstechnisch, sondern auch optisch fängt dieser Film den Sommer am besten ein. Silke, welcher ist es bitte geworden? Ich bin nochmal anders an die Frage rangegangen und ich habe überlegt, welcher Film fängt das Gefühl diesen und diesem Sommer, der ja etwas kurios für uns alle ist, am besten ein, also der Sommer 2020. Und ich habe mich für der Weiße Hai entschieden, denn auch in der Weiße Hai geht es darum, dass die Sommersaison gefährdet ist, der Tourismus gefährdet ist, die Gastronomie am Strand gefährdet ist, dass eine ganze Stadt sich der Herausforderung gegenüber sieht, Menschen unter Kontrolle zu halten, die auf ihr Recht, den Sommer so zu erleben, wie sie ihn jedes Jahr erleben wollen, beharren, die sogar mit Demonstrationen gegen die Strandschließungen angehen und letztlich wird der Strand wieder eröffnet unter strengen Sicherheitsvorkehrungen, an die sich dann doch nicht alle halten und dann passiert das nächste Unglück. Und Der Weiße Hai, habe ich gelernt von meinem Ehemann, ist deshalb auch so ein besonderer Film, weil er im Grunde zwei Geschichten in einer erzählt. Also zur Hälfte des Films beginnt der Aufbruch, um den Weißen Hai zu jagen und ich habe ein bisschen das Gefühl, wir befinden uns in unserem echten Leben, gerade an diesem Punkt, dass wir den ersten Teil vom Weißen Hai erlebt haben und noch nicht genau wissen, was jetzt als nächstes kommt. Und deswegen fängt Der Weiße Hai für mich das Gefühl des Sommers 2020 perfekt ein. Okay, wieder eine unkonventionelle, kreative Antwort. Ich bin sehr, sehr gespannt auf die Runde. Los geht's. Ey, Steven, also ich muss gleich mal, es tut mir sehr leid, ich finde Almost Famous ist ein toller Film. Ist wirklich ein toller Film. Tiny Dancer, die Szene, ich kriege jedes Mal Tränen in die Augen. Also wirklich, also ein ganz, ganz toller Moment. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass Almost Famous für mich nicht der Film ist, in dem Sommer oder eben das Sommergefühl so das zentrale Thema ist, sondern halt eher die Zusammengehörigkeit, das familiäre und auch eben wie es ist, ja, in dieses Abenteuer reinzustarten. Aber so sehr Sommer, also so sehr ist der Sommer halt einfach nicht das Thema in diesem Film. Es geht für mich auch gar nicht darum, ob der Sommer das Thema ist, sondern es geht für mich um die Verbindung, genauso wie deine Frau das auch in ihrer Assoziation gestellt hat, was verbindest du mit im Sommer? In diesem Fall Sommer 2020. Aber was verbinde ich mit Sommer? Und Förentin hat in der Einladung der Frage schon gesagt, wer in der letzten Zeit draußen war und bei jedem lösen diese wohligen Temperaturen unterschiedliche Gefühle aus. Ich finde, Stand By Me ist ganz klar ein Film, bei dem Sommer ein Thema ist, weil die Kinder ausbrechen und in diesem Sommer ihres Lebens etwas lernen. Das ist eine Coming-of-Age-Story, die großartiger gar nicht erzählt werden kann. Aber für mich, und das habe ich ja gesagt, verbinde ich mit dem Sommer, weil der Sommer ist für mich, vor allen Dingen als Hamburger, der lange Zeit... Nein, es ist ja so, wenn du dir mal überlegst, wie lange wir ja meistens in einer dunklen Jahreszeit verharren, ist Almost Famous für mich immer wieder ein Film, der für mich ein unfassbar wohliges, herzerwärmendes Gefühl produziert, das ich im Sommer einfach verspüre. Ich gehe jetzt gerne raus, wenn es regnet, weil bei 20 Grad stört mich das nicht. Aber bei 5 Grad, oder was wir für eine Plörre ab meist Oktober haben, das nervt mich. Und für mich bringt Almost Famous all das zusammen, was ich mit dem Sommer verbinde. Das ist Familienzusammengehörigkeit. Das ist ein unfassbar wohliges Gefühl. Diese Musik jagt mir Gänsehaut und Tränen in die Augen. Ich finde diese Geschichte von dem Jungen, der sozusagen sich unglücklich in die Figur von Kate Hudson verliebt, aber auf der anderen Seite eigentlich nur die Band, die er so bewundert begleitet, um für den Rolling Stone etwas zu schreiben. Und auch wie Kate Hudson das dann macht. Und wie diese ganze Geschichte entsteht und was dann am Ende geschieht. Und er hat ja sozusagen auch eine Phase des Erwachsenenwerdens durchlebt. Und das ist für mich einfach dieses Gefühl. Für mich ist der Sommer nicht eine Jahreszeit, sondern ein Gefühl. Und das ist Almost Famous, weil ich da total positiv drauf abfahre. Und das ist super persönlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine Handvoll Leute gibt, die genau das so fühlt wie du. Und ich könnte mir vorstellen, dass es noch eine größere Gruppe Menschen gibt, die so diesen einen Sommer in der Kindheit ... Ich hab auch so einen Sommer, an den ich mich erinnere, wo ich mit meinen besten Freunden jeden Tag am Strand war. Und ich erinnere mich an diesen einen Sommer, so wie sich die Jungs aus deinem Film immer an diesen Sommer erinnern werden. Ich glaube nicht, dass jeder Mensch dieses Glück hat. Ich glaube, dass es aber mehr Menschen gibt, die dieses Gefühl nachempfinden können. Aber das, was mein Film repräsentiert, erlebt gerade Angst, erlebt gerade die ganze Welt. Aber ich glaube, deswegen ist es nicht der perfekte Sommerfilm, weil ich will nicht dieses Gefühl weiter in mir tragen. Weil der Sommer steht ja ... Also, das muss ich halt leider auch sagen. Was für Positives. So gut ich das auch von Spielberg eingefangen finde, die Hitze, das Strandgefühl, wenn sie da alle sind und sich nicht trauen ins Wasser. Und dann gehen sie ins Wasser und sind richtig ausgelassen und freuen sich, dass sie im Wasser planschen können, weil es halt eben das Wetter dafür ist und so weiter. Das ist schön. Aber diese Ebene verlässt der Film dann ja halt auch irgendwann echt nach der Hälfte. Und dann geht's nur noch um den rauen Überlebenskampf eben auf rauer See. Und da spielt auch der Sommer nicht mehr so eine wirkliche Rolle. Wo im Gegensatz, nur einmal kurz ein Beispiel, ja, der Sommer, weil du gesagt hast, keine Angst, ähm, der Sommer für die vier Jungs bedeutet auch Angst. Der bedeutet nämlich, diese ganzen Bullis haben Zeit und können uns jagen. Und vor denen verstecken sie sich auch. Also, das ist so das Angefühl von Kiva Sutherland. Also, dieser Sommer ist nicht nur ein Frohsinn oder beziehungsweise ein Wohlgefühl, sondern er bebringt auch seine Begleiterscheinungen mit, die eben nicht so schön sind, die eben hässlich sind, die eben gefährlich sind, aber die halt eben Teil des Abenteuers sind. Ja, genau. Aber ich glaube, die Frage ist dann in der Sekunde, was wünschst du dir von einem Film? Was ist für dich der Sommer und was repräsentiert er? Willst du in dem Sommer, willst du Angst verspüren? Also, willst du auf etwas hingewiesen werden, auf einen Zustand, in dem du so und so existiert hast die letzten Monate? Möchtest du die Angst spüren, dass die Bullis genauso frei haben wie du? Oder möchtest du befreit sein von all dem und möchtest dich in einer komplett anderen Situation wiederfinden und genießen? Wo Menschen Drogen nehmen und lebensgefährliche Stunts von irgendwelchen Poolhäusern. Und das ist auch nicht Teil der Frage. Das geht nicht darum, was ist der schönste, der romantischste oder der liebevollste Sommerfilm, sondern es geht darum und das... Das habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, welches ist der beste Sommerfilm. Und ich habe gerade beschrieben, was für mich das Gefühl des Sommers ist. Und ich glaube, dass viele Leute diesen Sommer herbeigesehnt haben, weil sie mit Sommer immer etwas Positives assoziieren. Ich glaube, dass da draußen keiner ist, der mit dem Sommer den weißen Hai assoziiert automatisch und Angst vor Bullis, sondern es geht ja in der Sekunde. Es geht um ein Gefühl. Das ist meine Argumentation. Dass ich sage, das Gefühl ist etwas Positives. Ob das jetzt jemand ist, der von oben von einem Haus runterspringt oder psychedelische Drogen nimmt, das ist ja überhaupt nicht der Kern. Der Kern ist ja bei dir auch nicht, dass sie Angst haben vor den Bullis, sondern das ist die Coming-of-Age-Geschichte, dass der Zusammenhalt als Gruppe sie über alles hinweg trägt. Und hier ist es auch der Zusammenhalt und der Zusammenhalt unterschiedlichster Personen aus unterschiedlichsten Gruppen, die am Ende ja alle von dannen ziehen und irgendetwas Positives mitnehmen. Ja, bei mir ist es auch keine Angst, bei mir ist es Nervenkitzel. Die wollen eine Leiche finden und die wollen sie finden, bevor die Bullis sie finden. Genau. Ja, und das ist Nervenkitzel. Und ich will kein Nervenkitzel. Ich will im Sommer auch keine Leiche finden, aber das ist ja auch nicht die Frage. Aber trotzdem finde ich, wenn du sagst, Stevens Film muss nicht zwangsläufig im Sommer spielen, dein Film muss auch nicht zwangsläufig in den Sommerferien spielen. Der kann genauso in den Herbstferien oder Frühjahrsferien spielen. Mein Film ist der einzige, der nur im Sommer funktioniert, weil er nur im Sommer spielen kann, weil es um die Sommersaison geht. Nee, das würde ich auch nicht sagen. Aber du kannst ja im Winter zum Beispiel nach Südafrika fliegen, hast du auch was da. Steven, lass zurück mal bitte Antworten auf den. Das würde ich jetzt nicht sagen, weil es ist tatsächlich ein entscheidender Schritt, dass es dieser Sommerfilm ist, weil es ist nämlich die Situation, dass die vier Jungs danach wahrscheinlich komplett andere Wege gehen werden. Also es ist wahrscheinlich der letzte Sommer, den sie allein miteinander verbringen und das passiert nur zwangsläufig nach den Sommerferien, dass man da auseinander geht. Also muss dieser Film im Sommer spielen, weil sie eben die Freizeit, die Zeit brauchen und auch das Wetter brauchen, um draußen überleben zu können beziehungsweise um sich draußen aufhalten zu können, ohne dass die Eltern auch Verdacht schöpfen. Das ist ja auch wieder ein Bestandteil der ganzen Geschichte. Also ich glaube nicht, dass wir unsere Kinder im Frühjahr oder Herbst oder sonst irgendwie so bereitwillig in die freie Natur entlassen würden. Frühjahr oder Herbst lasst ja eure Kinder nicht in die freie Natur. Nein, aber jetzt über mehrere Tage unbewacht und sonst irgendwas. Ja? Naja, nein. Du verstehst, was ich meine. Das erste Argument kann ich nachvollziehen, dass du sagst, dass sie danach getrennte Wege gehen. Okay, wir lassen sie wahrscheinlich nicht so bereitwillig wie im Sommer losziehen. Okay? Kannst du damit... Aber ich möchte ein Argument aufgreifen, was du vorhin gesagt hast, das mit deinem Gefühl. Ja, dass das für eine gewisse Menge so sein kann, für eine gewisse Menschenmenge so sein kann. Und du hast, glaube ich, eben angebracht, dass das irgendwie auf unsere Filme nicht unbedingt so zutrifft, ne? Was hab ich gesagt? Nee, ich hab gesagt, dass das Gefühl, also das, weil du hast ja verargumentiert und das ist ja das Argument auch von Silke, dass du sagst, das Gefühl, was wir in diesem Jahr haben, passt perfekt zu der Weiße Hai in unterschiedlichster Situation, weil du gesagt hast, Angst, ne, wir demonstrieren gegen bestimmte Maßnahmen, wir wissen aber auch nicht, wie's weitergeht. Das ist ja etwas, was momentan stattfindet, aber was ich nicht mit dem Sommer verbinde. Aber mit diesem Sommer verbinde ich es schon. Ja, aber das ist ja, also, aber ich möchte, ehrlich gesagt, auch, wenn ich weiß, wie die letzten Monate waren und wie ich mich gefühlt hab, wie alle sich gefühlt haben, möchte ich in diesem Sommer nicht damit sozusagen einhergehen, sondern ich möchte gerne etwas komplett ... Etwas Schönes. Etwas Schönes haben. Genau. We stand by me. Oder we are almost famous. Und dein Argument ist ja auch zu treffend. Dein Film spielt im Sommer und kann nur da spielen. Meiner ist da vielleicht zeitloser und nicht unbedingt dran gebunden an eine bestimmte Jahreszeit, aber trotzdem repräsentiert er für mich etwas, was ich damit verbinde. Egal, ob's zwischendurch Quereen gibt, sondern ich finde, also für mich ist der ultimative Sommerfilm einer, der ans Herz geht, tut deiner, deiner geht an die Nerven, meiner aber auch. Ich finde etwas, was man sich immer wieder gerne angucken kann, deiner, deinen kann ich auch immer wieder angucken, obwohl ich da immer wieder Schiss in die Büx kriege. Ich finde, die Figuren sind großartig. Ich finde, die Musik ist zusätzlich ein großer Treiber bei Almost Famous, der das Ganze einfach immer noch zusätzlich Aber es hat tatsächlich alles nicht so wirklich was mit Sommer zu tun. Warum hat es nichts mit Sommer zu tun? Naja, okay, es repräsentiert den Sommer, aber es ist tatsächlich nicht unbedingt etwas, was nur den Sommer repräsentiert, sondern alles andere. Welcher ist der beste Sommerfilm? Das heißt ja nicht, welcher Film steht im Sommer am besten? Und ich sage jetzt einfach, es ist mein vielleicht Eindruck, der da ein bisschen getäuscht ist, aber Sommer wird halt in diesem Film nicht so wirklich repräsentiert, wie zum Beispiel in der Weiße Hai oder eben wie in Stand By Me, wo du halt wirklich tolle Landschaftsaufnahmen hast, was die Situation macht. Aber das ist nicht die Frage und das möchte ich auch gerne nochmal sagen. Der beste Sommerfilm, aber es geht doch auch in dem Film darum, ein Gefühl zu vermitteln, was ich nicht nur anhand von Musik oder dem Zusammenhaltsgefühl oder sonst irgendwas habe, sondern das kann ich ja auch im Winter haben. Aber das ist ja kein Argument gegen meinen Film. Ich sage nicht, dass es ein Argument gegen deinen Film ist. Ich sage es nur, dass es ein Argument, das stärker für meinen Film oder für Silkes Film spricht, dass da halt auch eben der Sommer bildlich besser eingefangen und abgebildet wird und halt auch, sage ich mal, den Zuschauer einnehmend, sage ich mal, in Szene gesetzt wird, dass der Zuschauer nachempfinden kann, dass es da heiß ist, dass es da schwitzig ist, dass es da irgendwie... Mich würde noch interessieren, in welchem Film die Telefonate am besten beendet. Vielen Dank für diese Runde. Ich schließe sie hier an der Stelle. Ich glaube, Fakten haben wir soweit nicht. Dann mache ich den Gedanken mal weiter, außer Sandro fällt mir jetzt ins Wort. Ansonsten, ja, sehr schöne Runde. Es ist natürlich eine schwierige Frage, weil ich sie sehr offen formuliert habe. Das ist natürlich uns klar, aber ich will trotzdem solche Fragen reinnehmen, weil ich diesen emotionalen Aspekt dann doch immer sehr interessant finde. Es ist natürlich immer sehr schwer zu argumentieren, weil gerade solche Filme sehr persönlich sind und auch das, was für einen selbst Sommer bedeutet, auch sehr persönlich ist. Und so hat Stephen auch argumentiert. Er hat gesagt, dass der Film vermittelt ein tolles Gefühl. Es ist nach seinem Gefühl, es ist nach seiner eigenen Überzeugung genau das, was für ihn Sommer ist. Es tat mir aber ein bisschen schwer, genau nachzuvollziehen, was das genau ist. Es wurde ihm auch vorgeworfen, dass der Film nicht unbedingt im Sommer spielen müsste, dass auch viele andere Aspekte dort viel wichtiger sind, als es Sommerlicht. Und ich glaube dir, Stephen, sehr intensiv, dass du diesen Film mit Sommer verbindest und dass das für dich die Inkarnation von Sommer ist. Aber ich finde, du konntest es nicht überzeugend genug argumentieren. Und wenn du einfach nur gesagt hast, für mich ist das das Gefühl von Sommer, das ist zu subjektiv, damit kann ich nicht viel anfangen, da brauche ich einfach ein bisschen mehr. Silke hat auch angesprochen, das ist sehr persönlich für dich, was du mit dem Film verbindest. Und das ist schön, aber ich muss es eben auch nachvollziehen können, damit es hier Sinn hat. Und wie gesagt, es wurden viele andere Themen angesprochen, es geht um Familie, Rock'n'Roll, Drogen, Gefahr, viele Dinge, die nicht unbedingt was mit... Rock'n'Roll und Gefahr? Okay. Nee, Schock meinte doch da, das gefährliches Umfeld, dass Leute von Dächern springen und das alles. Und ich möchte nur sagen, dass es... Sie nehmen schon Drogen, das weißt du. Das weißt du nicht notwendigerweise, dass es... Ich lasse das jetzt mal, ich sehe das komplett anders gerade als ihr, aber du bist der Judge, du erzählst das, was du da... Genau, im Grundsatz einfach, ich konnte nicht über deine subjektive Einschätzung, dass es dein Gefühl ist, hinaus verstehen, was du damit verbindest. Schock, mit Stand by Me, du hast sehr viele ikonische Szenen angesprochen, dieses Ganze, eben zusammen, die Jugenderfahrungen, Lagerfeuer, unter dem Sternenhimmel zu liegen, all diese Situationen. Ich fand auch sehr überzeugend, wie du argumentiert hast und das war sogar ein Punkt, der von Steven kam, der diesen Satz, es ist der Sommer ihres Lebens, gesagt hat, das hast du aufgegriffen und gesagt, ja, es ist der letzte Sommer ihres Lebens, es ist eben genau diese Phase, das Ende der Kindheit so ein bisschen, dieser letzte Sommer, diese letzte Sommerferien, das muss im Sommer stattfinden, diese Phase, das ist eine ganz besondere Phase im Leben dieser Kinder, die eben mit dem Sommer zusammenhängt, du hast mit der freien Natur argumentiert, mit den ganzen pubertären, jugendlichen Erlebnissen, die da stattfinden und das fand ich auf jeden Fall sehr überzeugend und Silke, du hast mit der Weiße Hai den unkonventionellsten Ansatz genommen, du hast es sehr aufgefasst, im Sinne von dieser jetzige Sommer, den wir gerade erleben, mit der aktuellen Situation, dass Geschäfte geschlossen werden und eine vielleicht unsichtbare Gefahr lauert überall, insgesamt muss ich sagen, mich konnte das nicht 100% überzeugen, weil der Weiße Hai natürlich letzten Endes dann doch auch ein Film ist, der wie gesagt auch dieses Abenteuersegment hat und die Gefahr wird bekämpft und besiegt am Ende und ja, ich verstehe, worauf du hinaus wolltest, aber 100%ig konntest du mich nicht überzeugen an der Stelle, deswegen muss ich sagen, auch diese dritte Runde geht in meinen Augen an Stand By Me von Schröck, sehr schön argumentiert, Glückwunsch, schön gewalt auf jeden Fall und schön gemacht. Das gönnen wir dir. Daher zwei Punkte für Schröck, aber auch, es ist mir sehr, sehr schwer gefallen, auch weil es so eine persönliche Frage ist, natürlich, da ist es immer schwer, aber ich muss nach Dingen gehen, die ich argumentativ nachvollziehen kann und da war Schröck für mich am stärksten dabei. Sandro, hast du noch dem was hinzuzufügen, was sagt die Community? Ja, denkt auf jeden Fall gerne ans Voting, vorher würde ich aber nochmal schauen, was ihr dann so gewählt habt und zwar Stand By Me wurde tatsächlich gewählt, bevor Schröck überhaupt gesagt hatte, dass er Stand By Me gewählt hatte, das wurde mehrmals gewählt, was ich auch fantastisch finde, ist Mid90s, einer meiner liebsten Filme der letzten Jahre, der auch Sommer widerspiegelt, wie ich finde und auch Chick von die Romanverfilmung von Fatih Akin wurde erwähnt, ich glaube für mich ist Chick der perfekte Sommerfilm oder auch das perfekte Sommerbuch, der löst einfach ein Sommergefühl in mir aus, sagt auch hier Alexander, ein Film über Freundschaft, über das Außenseitersein, über die erste Liebe, und so weiter, also gerade auch in den Sommerfällen passt es natürlich ganz gut, was richtig oft gewählt wurde, war Call Me By Your Name, gefühlt wie drei Wochen Italienurlaub im Hochsommer, also Call Me By Your Name bestimmt, habe ich mindestens 20 Mal oder 30 Mal gesehen, wäre auch ein sehr, sehr guter Pick gewesen tatsächlich, weil er einfach das Gefühl von einem Sommer, gerade auch natürlich in Italien dort, sehr gut darstellt, das erstaunliche Leben des Walter Mitty, auch nicht, naja, aber gut, muss man natürlich argumentieren, warum ausgerechnet dann irgendwie Sommerfilm, eine sehr kreative Antwort ist Everest, um sich mal abzukühlen vielleicht, genau wie Waterworld, warum nicht, hätte man auch so argumentieren können, wäre ein sehr kreativer Pick gewesen, das muss man sagen, ist natürlich, ich glaube, der ist unerträglich, der Film heutzutage, aber auch hier, ich kenne Stevens Film nicht, aber ich finde die Argumente gut, hieran sieht man auch ganz gut, dass es bei Filmfalls nun mal um die Argumente geht, nicht unbedingt um die beste Antwort an sich, was man selbst so findet, das ist die Aufgabe von Florentin da zu sehen, was oder wer hat die besten Argumente gefunden, das hat in dem Fall dann Schröck, aber jetzt lasst uns mal schauen, was ihr gesagt habt im Voting-Ergebnis, was war eurer Meinung nach der beste Pick, beziehungsweise was waren die besten Argumente und da liegt tatsächlich auch Stand by Me vorn, also ihr seid da einer Meinung mit Florentin, dahinter Almost Famous und dann hinten ran der weiße Hai, aber Steven, sei nicht traurig, auch für dich, ich bin nicht traurig, ich bin sauer, auch für dich ist noch alles drin, ich meine die Pitchfrage kommt ja noch, dafür gibt es so zwei Punkte, also auch du kannst noch ins Finale kommen, ja ich brauche weiter noch Fragen unter Hashtag Filmfights, also schick mir gerne ein paar Fragen noch fürs Finale, ich bin gespannt, wer da reinkommen wird. Aber auch hier sieht man wieder sehr, sehr enge Abstimmungen, also wieder alle drei sehr nah beieinander, also man sieht schon, dass die drei hier absolut auf Augenhöhe sind, ganz fantastisch auf jeden Fall und wie gesagt, wir haben jetzt noch die Pitchfrage, die zwei Punkte gibt, also es ist hier noch alles drin, für Steven, der auch noch ins Finale einziehen kann, ich würde sagen, wir beginnen direkt mit der großen Aufholjagd, mit Runde Nummer vier, den Pitch. Ihr drei sitzt natürlich da und habt wahnsinnig viele Filme gesehen, ihr kennt alle Franchises, alle Figuren, alle Welten, die man so bereisen kann, habt enormes Wissen, aber mich würde natürlich auch interessieren, wie gut seid ihr darin, nicht nur Filme zu anzuschauen, zu rezipieren, zu besprechen, sondern wie gut habt ihr auch eigene Ideen für einen Pitch, darum geht es in unserem Pitch, die Idee ist, ihr stellt einen Film vor und vermittelt uns, was in diesem Film passieren könnte und versucht uns davon zu überzeugen, Geld für diesen Film zu investieren, entweder als Produzent oder als Zuschauer dann in diesen Film zu gehen und worum es dieses Mal gehen soll, ist die Aufforderung, Pitche einen Crossover-Film, das bedeutet, dass ihr zwei Welten mischt, das können verschiedene Welten sein, das können zwei Filmwelten sein, kann aber auch eine Videospielserie, trifft auf ein reales Ereignis oder zwei Videospiele oder ein echtes Ereignis, trifft auf eine Boyband oder was auch immer, ihr könnt beliebig mischen, wichtig ist nur, dass ein stimmiger, sinnvoller Film entsteht, den man so sich angucken könnte, wo man sagt, wow, das klingt wirklich nach einer guten Idee, dafür würde ich 200 Millionen Dollar investieren, ich bin sehr, sehr gespannt, worauf ihr alle gekommen seid und wir fangen wie in der ersten Runde bei Schröck an, hier kommt sein Pitch, Herr Schröckert, was haben Sie uns mitgebracht? Echt? Ich darf anfangen? Okay, ich bin ein riesengroßer Fan von Abenteuerfilmen und ich bin ein riesengroßer Fan von Knastfilmen, deswegen habe ich mir gedacht, warum nicht das Beste aus beiden Welten miteinander verbinden und deswegen heißt mein Crossover Pitch Indiana Jones and the Shawshank Redemption. Und hier geht es um Indy, der halt, der zu Beginn des Films eingeführt werden, das sind drei Akte, im ersten Akt wird Indy eingeführt, mit einer Schlägerei, muss sich gegen ein paar Handlanger zur Wehr setzen, im Hintergrund ist irgendwie so ein Bösewicht namens Lee, der halt so die Befehle immer wieder so rumsäuselt und keine Ahnung und Indian Jones schafft es sich zu befreien oder beziehungsweise gegen diese Schergen da zu bestehen, bringt auch diesen Mann zur Strecke, der sich herausstellt als, ja, als Mitglied eines konföderierten Geheimbundes, die halt vor Urzeiten mal einen Inka-Schatz nach Amerika geschafft haben und dort in einer geheimen Festung versteckt haben. Diese geheime Festung ist jetzt getarnt, heutzutage im Jahre 1945 ungefähr, als Shawshank-Gefängnis. Und beim Versuch dort einzubrechen, wird Indiana Jones inhaftiert und weil eben das Gefängnis unterwandert ist von diesem, ja, konföderierten oder Südstaatler Geheimbund, wird er ohne großen Prozess dort inhaftiert und es kommt nach ungefähr 45 Minuten zum ersten großen Moment, nämlich Indy muss den Hut und die Peitsche abgeben und wird in den Gefangenentrakt entlassen. Akt 2, Auftritt Andy Dufresne. Andy Dufresne ist ein Banker, den wir zu Beginn des Films parallel geschnitten zu der, sag ich mal, Schlägerei von Indiana Jones mit einem Monolog sehen über Trauer, über Wut, der immer zorniger wird, der eine Waffe und Alkohol bei sich hat und der Beginn zu des zweiten Akt ist halt für Mord, lebenslang verurteilt wird und jetzt eben im Shorshank-Gefängnis landet. Dort freundet er sich mit Indy an, denn er scheint sehr viel Ahnung von Gesteinen und Geologie zu haben und so weiter und so fort und die beiden entwickeln eine wirklich, wirklich tiefe Freundschaft. Indy hilft ihm bei all seinen Projekten, die er im Knast realisieren möchte, unter anderem auch eine Bibliothek und bei dem Erbau in dieser Bibliothek brechen sie eine Wand durch und entdecken plötzlich einen Raum, der völlig anders von der Architektur her ist und das gibt Indy den entscheidenden Hinweis, okay, die Festung muss hier tatsächlich sich unter diesem Gefängnis befinden und es kommt zu einem Bruch zwischen den beiden, denn Indy scheint doch mehr Interesse an Indy zu haben als einfach nur einen guten Kumpel. Es entwickeln sich romantische Gefühle zwischen den beiden und das muss Indy irgendwie als Notbremse sehen, um sich halt auf die Schatzsuche zu konzentrieren und bei einem Versuch schafft er es, aus der Zelle auszubrechen und in diese Tiefen des Gefängnisses vorzudringen, wo er auf Indy trifft, der nämlich schon seit Jahren an seinem Tunnel arbeitet. Indy und Indy. Indy und Indy. Und Indy und Indy beschließen beide gemeinsam sich jetzt auf die Suche nach dieser geheimen Untergrund oder Untergrundfestung zu machen und finden diese Kammer auch, nachdem sich Indy zum Beispiel, also nachdem sich Indy ja dann auch seine Peitsche und seine Klamotten und so weiter wieder zurückgeholt hat und gleichzeitig ein Amulett. Ein Amulett, das hat er zuvor, diesem Lee, den er zu Beginn des Films umgebracht hat, entnommen und mit diesem Amulett kann er diese entscheidende Schatzkammer öffnen und jetzt stellt Indy fest, ey, wieso hast du das Amulett von Lee? Und es kommt raus, Indy war schwul und hatte eine Affäre mit diesem Lee, der Mitglied dieses geheimen Konfederierten Bundes war und deswegen halt in Shorshank untergebracht worden ist, weil niemals hätte rauskommen dürfen, dass der schwul war und weil man halt eben Entschuldigen für den Mord brachte. Also Indy hat den Mann umgebracht, für dessen Mord jetzt Indy in diesem Knast einsetzt. Indy hat den umgebracht? Indy hat diesen Lee, diesen Anführer vom Anfang, umgebracht und das war der Liebhaber von Indy. Wir erfahren jetzt erst, dass Indy schwul ist und die beiden, wie gesagt, geraten jetzt in einen Gewissenskonflikt, aber gleichzeitig bricht halt auch die Hölle aus, weil sie mussten die Gefangenen befreien, die Wärter haben sie entdeckt, das Ganze droht zu kollabieren und es kommt im finalen Moment zur letzten Besinnung. Indy und Indy, wie bei Indiana Jones 3 und der letzte Kreuzzug, schauen sich ins Gesicht, besinnen sich auf ihre wundervolle Zeit und lassen voneinander ab. Indy bleibt zurück, Indy sucht Schutz beziehungsweise nimmt das Chaos als Möglichkeit, um abzuhauen und wir sehen im Epilog, wie sich Indy jetzt noch rumschlagen muss mit den Behörden, die halt irgendwie große Angst davor haben, rauskommen zu lassen, dass der Staat von diesem Südstaatler-Geheimbund unterwandert ist und ja, Indy muss halt wieder mal die Schnauze halten, muss wieder mal irgendwie einstecken, muss wieder mal zusehen, wie dieser Inkaschatz weggesperrt wird und erhält irgendwann eine Postkarte von Indy, auf der eine kleine Schnitzeljagd beschrieben ist, zu der er dann halt quasi zu Indy findet und wir sehen im letzten Bild, wie Indy an dem Strand ankommt, auf dem Indy wartet und an seinem Boot arbeitet und wir sehen nur noch eine, sag ich mal, aufblendet, also beziehungsweise so einen Schwenk von der Kamera auf, wie die beiden aufeinander zugehen und sich von der, in der totalen, sag ich mal, umarmen. Das hast du aufgeschrieben. Ja, das ist hier. Wann? Okay. Wow. Nicht schlecht, das Crossover von Indiana Jones in Shawshank Redemption. Wie gesagt, es ist gar nicht unbedingt nötig, den kompletten Plot zu erzählen. Es ist nur ein Pitch, aber ich war hin- und weggerissen. Ich hoffe allerdings, dass diese brillante Story nicht in langweiligen Exposition-Monologen präsentiert wird, sondern gezeigt wird. Das habe ich mir gleich aufgeschrieben. Silke, ich bin sehr gespannt. Es geht nur darum, Eindruck zu verschaffen von einem Film. Worauf können wir uns bei dir freuen? Auf jeden Fall auf eine kürzere Präsentation. Ich pitche einen Film für eine etwas jüngere Zielgruppe. Und zwar heißt mein Film Star Patrol. Und weil ich natürlich weiß, dass es diesen Filmtitel schon gibt, bekommt er den nervigen deutschen Untertitel Fellfreunde im Weltall. Bei Star Patrol treffen die Welten Paw Patrol und Star Wars aufeinander. Wer hätte es gedacht? Der Film beginnt in Adventure Bay, so heißt die kleine Stadt am Meer. Wir wissen nicht, in welchem Bundesstaat sie liegt, in der Zuma, Marshall, Chase, Sky, Rocky und Rubble alias die Paw Patrol zusammen mit einem zehnjährigen Jungen gegen das Böse ist übertrieben. Eigentlich sind sie einfach nur Helfer auf vier Pfoten. Und wann immer eine Brücke zusammenbricht oder etwas in den Fluss fällt, kommt die Paw Patrol und sie holen es raus oder sie reparieren es. Und in Adventure Bay herrscht große Aufregung, denn es soll die neue Staffel von Paw Wars herauskommen. Und Rubble, der Hund, freut sich schon sehr, dass er endlich wieder den ganzen Tag Fernsehen gucken kann, weil es weitergeht mit Paw Wars, der Weltraumsaga mit seinen beliebten Helden. Doch als es dann endlich soweit ist und alle schon vor ihren Empfangsgeräten sitzen, fällt plötzlich überall der Empfang aus und es lässt sich nichts empfangen. Die Serie kann nicht geguckt werden, sämtliche digitalen Geräte versagen und es stellt sich heraus, dass die Kommunikationsmöglichkeiten unterbrochen werden. Die Paw Patrol braucht lange, um herauszufinden, woran es liegt und es stellt sich heraus, dass das Problem nicht in Adventure Bay zu lösen ist, sondern dass sie dafür die Sphären verlassen müssen mit dem Paw Patroller. Wer Paw Patrol kennt, der kennt auch die Fahrzeuge. Es gibt den Paw Patroller, es gibt den Air Patroller, es gibt den Sea Patroller, es gibt den Sub Patroller, der unter Wasser fahren kann. Und nun enthüllt Ryder die große Nachricht, dass schon seit Jahren natürlich auch der Space Patroller auf die Paw Patrol wartet und sich all die Jahre nur auf diesen Einsatz gefreut hat. Denn die Fellfreunde müssen ins All aufbrechen, denn Bürgermeister Besserwisser und die Chaos-Kätzchen haben sich dazu entschieden, das sind die bösen Gegenspieler der Paw Patrol aus dem Nachbarsort, haben sich dazu entschieden, mit einem sehr großen Raumschiff, das sich der Tatzenstern nennt, die Kommunikation zwischen den Rundfunksatelliten zu unterbrechen. Und die Paw Patrol muss also mit dem Space Patroller ins All aufbrechen, um das zu unterbinden. Ich fasse mich jetzt ein bisschen kurz, weil der Mittelteil nicht ausgearbeitet ist, aber am Ende... Das ist gar nicht notwendig, es ist nur ein Pinch, das muss kein kompletter Plot sein. Am Ende werden sie alle Freunde. Sehr gut. Das ist mir wichtig, weil natürlich haben auch die Chaos-Kätzchen und Bürgermeister Besserwisser nur aus guten Gründen gehandelt. Denn sie wollten einfach vermeiden, dass die Kinder den ganzen Sommer vorm Fernseher verbringen, weil Bürgermeister Besserwisser ein Abenteuerpark aufgebaut hatte. Und am Ende treffen sich alle da und spielen einfach zusammen Star Wars. Nein, Paw Wars. Anstatt es nur vorm Fernseher zu gucken. Wie sie dann dahin kommen und wie sie im All kämpfen, überlege ich mir dann noch. Wenn ich das Drehbuch schreibe, für das ich 200 Millionen Dollar bekomme. Sehr, sehr niedlich. Auf jeden Fall die Star Patrol von Silke. Ich bin sehr gespannt, in welche Welten du uns entführst, Steven. Was ist dein Film? Ich möchte dazu eine Sache kurz sagen. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein durfte, wenn ich es nicht ins Finale schaffe. Und ich fühle mich gerade so ein bisschen wie vor der Abitursprüfung. Hast du dafür gelernt? Nee, nee. Und dann gehen beide mit 15 Punkten raus. Also, ich liebe Action. Ich liebe Abenteuerfilme. Ich liebe Fantasy. Deswegen heißt mein Film Maverick, der Retter des Sherwood Forest. Wir alle wissen, dass Maverick, unser berühmter Top Gun-Pilot, jemand ist, der nicht gerne Befehle bekommt, sondern sein Leben selber gestaltet. Er ist mittlerweile so angeeckt mit seinen Chefs, dass er aus der Top Gun-Schule entlassen wurde. Unehrenhaft und verdingt sich jetzt, weil er der Fliegerei treu geblieben ist, als Privatpilot für reiche Geschäftsleute. und hat dann eines Tages den Auftrag, die Kinder oder den Sohn eines reichen Geschäftsmannes von Amerika über den Atlantik nach Europa zu fliegen, weil der mit seiner Freundin, seinem besten Freund und dessen Freundin und seinen Sidekicks eine schöne Zeit in Europa verbringen möchte. Wie viel sind sie insgesamt? Es sind sechs plus die geschiedene, sehr attraktive Frau des reichen Geschäftsmannes, die mitkommt, um auf die Kinder aufzupassen oder die Jugendlichen. Und er fliegt mit denen los und über dem Atlantik, wie wir das in einigen Fantasy- und Abenteuerfilmen kennen, braut sich ein unfassbares Gewitter zusammen, kurz vor der englischen Küste. Was passiert? Maverick natürlich, der Hau drauf, den wir kennen und den wir lieben aus den Filmen, fliegt nicht drumherum, sondern fliegt direkt durchs Gewitter. Was passiert in diesem Gewitter? Es ist ein Zeitloch und ein Raumloch und er landet im England zur Zeit von Robin Hood und dem Sheriff von Nottingham. Natürlich wissen sie zum Zeitpunkt der Landung auf einem Feld, das sie sich ausgesucht haben, weil er bestimmte Koordinaten eingegeben hat, wo eigentlich ein Privatflughafen sein sollte, landet er auf einem Feld. Alle sind verwirrt und stürzen sich in die Zeit von Robin Hood und dem bösen Sheriff und werden sozusagen mit eingenommen in diesen Kampf zwischen Gut und Böse. Ich hab gesagt, das Fantasy-Genre spielt natürlich auch eine wichtige Rolle, weil es gibt natürlich einen Magier, den es im Original bei Robin Hood nicht gibt, der am Ende à la Zurück in die Zukunft Top Gun, Maverick und seinen Freunden oder seiner Fracht hilft, wieder in die richtige Zeit zurückzukehren. Okay, wow. Wieder drei sehr unterschiedliche Eingangsweisen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde alle drei am liebsten sehen. Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Schreck bietet uns eine Kombination aus Indiana Jones und Shawshank Redemption. Bei Silke fallen Paw Patrol und Star Wars zusammen und Steven vermischt Top Gun und Robin Hood. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und die Runde ist eröffnet. Also ich bin begeistert, wirklich begeistert von dem, was du da runtergeschrieben und referiert hast, genauso auch von dir. Ich bin da eher so auf der Don Simpson, Jerry Bruckheimer Seite. Die haben ja damals gesagt, man muss versuchen, einen Filmpitch in einem Satz zu machen. So sind die meisten Filme auch von denen, aber ich mag die relativ gerne. Ich kann meinen Film in einen Satz zusammenfassen. Ja, genau. Indiana Jones und Shawshank Redemption. Ich sag, Maverick rettet den Sherwood Forest. Insofern kann ich das auch. Bei dir ist es dann Pawpitchung. Fellfreunde im Weltall. Fellfreunde im Weltall. Ja, wie gesagt, ich glaube, das ist ja auch ein sehr subjektiver Pitch. Ein Crossover-Film. Ich muss dazu sagen, dass ich mich im Vorwege wirklich damit auseinandergesetzt habe und überlegt habe, wie viele Crossovers es mittlerweile gibt. Also es gibt ja unfassbar ... Ich hab dann gedacht, so Animation im Realfilm, Who Framed Roger Rabbit. Und dann hab ich auch gedacht, so Comedy, was kann man da miteinander vermengen? Und dann hab ich mich auf die Figuren, sag ich mal, besonnen, die ich persönlich ... Und jetzt komm ich wieder zur subjektiven Art und Weise, aber das ist ja wichtig, dass man in einem Filmpitch auch persönliche Leidenschaft empfindet. Ich finde, dass Maverick und die Welt von Robin Hood und vor allen Dingen, wenn man das so einen kleinen magischen Touch gibt, einfach viele schöne Spielmöglichkeiten bietet für einen großartigen, bunten, richtig genialen Abenteuer. Darf ich fragen, mit welcher Maschine fliegen Sie da hin? Also mit welcher Maschine wollen Sie rüberfliegen? Was ist das für eine Maschine? Also den Typ willst du jetzt was sagen. Ja, genau. Also es ist ja keine Kampfmaschine, ne? Also sie fliegen ja nicht ... Nein, es war ein Privatjet. Privatjet. Hab ich ja auch gesagt. Er ist ja kein Top Gun-Pilot mehr. Also das heißt, können Sie mit der Technik irgendwie was anfangen im Sherwood Foz? Also beziehungsweise nutzen Sie die Technik, um irgendwie Sachen ... Natürlich, aber das wäre jetzt zu detailliert, weil das ist in Kapitel 5. Ich hab keine Detailfrage. Ich hab eine ganz wichtige Frage an dich. Wer spielt Indiana Jones? Wir haben ja drüber gesprochen. Ich kann's mir nicht vorstellen. Ich hab es nicht vor Augen. Und ich liebe Indiana Jones. Und ich kann ... Also wenn du noch mal probieren willst, einen neuen Indiana Jones-Teil zu machen, viel Erfolg. Aber wer soll das sein? Es ist ... Also wir reden ja jetzt hier nun mal von einem Crossover, ne? Wir reden von einer, sag ich mal, losgelösten Realität, in der solche Überschneidungen möglich sind. Weil wenn ich das richtig verstanden hab, durften wir freidrehen ohne Ende. Also ich habe hier den Tim Robbins aus The Shawshank Redemption, der Andy Dufresne spielt. Und ich habe hier Harrison Ford, der Indiana Jones spielt, so wie wir ihn kennen. Es ist das Jahr 1945. Es ist kurz nach dem Dritten, so gesehen, und ist noch vor dem Vierten. Also ich bleibe so gesehen in der Zeitlinie. Aber dafür ist Harrison Ford zu alt. Aber darum ging's ja nicht. Aber du pitchst hier für einen Film, den du drehen willst. Und mit welchem Schauspieler du das umsetzen willst, musst du sagen. Und Harrison Ford ist jetzt zu alt, um die Rolle zu spielen. Das ist ja das Schöne an Tom Cruise. Das ist das Schöne an der Paw Patrol. Aber jetzt muss ich nur mal fragen. Okay, zum einen frage ich mich, warum hast du den Film nicht gleich Paw Wars genannt? Weil du einen Kinderfilm nicht mit Krieg der Pfoten übersetzen kannst. Da gehen keine Eltern mit ihren Kindern rein. Deswegen darf nur die Serie in dem Film Paw Wars genannt. Ja, aber okay. Aber ich seh halt nicht so den Crossover-Aspekt. Ich seh einfach eine Star-Wars-Geschichte innerhalb von Paw Patrol. Ja. Also ich seh nicht, wo die Figuren aus verschiedenen Welten miteinander treffen. Sondern für mich klang das jetzt alles adaptiert von der Paw Patrol. Also das Star-Wars-Universum adaptiert auf die Paw Patrol. Dass es halt eben keinen Todesstern gibt, sondern einen Tatzenstern. Ja. Genau. Also das ist für mich dann einfach eine Folge Paw Patrol, die halt die Lizenz für Star Wars nicht gekriegt hat und jetzt so ihr eigenes Ding macht. So wie Donald Duck, lustige Taschenbücher, das so und so früher gemacht haben, die ihre eigenen Indiana-Jones-Geschichten oder ihre eigenen Star-Wars-Geschichten oder ihre eigene Nibelungengeschichte erzählt haben. Oder Phantomias. Oder Phantomias, die halt eben nicht die Lizenz nutzen durften. Aber ich seh jetzt nicht so wirklich, wo jetzt zwei Welten miteinander gekreuzt wurden. Das ist ja alles animiert. Das ist alles animiert, ja. Das ist alles gezeigt, ja. Gut, ich mein, momentan, ich muss jetzt meinen Film nicht real verfilmen. Also es ist jetzt, könnte von mir aus auch noch eine wirklich mutige Herangehensweise sein, wie zum Beispiel dieser Tim-und-Struppi-Film, dass man mit Motion Capturing ein bisschen mehr arbeitet oder so. Und wenn du jetzt unbedingt einen Darsteller brauchst, der Harrison Ford verkörpern soll, oder beziehungsweise der Indiana Jones verkörpern soll, würde ich mir entweder noch mal Ryan Gosling durch den Kopf gehen lassen oder vielleicht aber auch Bradley Cooper. Oh, du Ratte. Damit kaufst du dir Silke gerade mit den beiden Nachbänden. Daniel hat mich vor zwei Tagen gefragt, welchen Schauspieler ich eigentlich abführe. Also ich muss gerne, also... Ryan Reynolds wäre vielleicht auch noch eine Überlegung. Er hätte dieses Verschmitzte, er hätte dieses so... Er müsste halt ein bisschen... Aber ich finde Ryan Gosling ist immer noch der Beste. Nee, den mit dem... Nein, aber der wortkarge Indy. Aber ich meine, also... Ich stimme da Daniel zu. Bei dir ist mir auch nicht so richtig klar... Also logisch, Star Wars auf der einen Seite und Paw Patrol, aber dieser Crossover-Effekt ist bei deinem Film nicht so deutlich wie bei dem von Daniel. Bei Daniel muss ich sagen, bei der Geschichte am Ende, dass Lee... Nee, nee, warte mal. Indy hat den Liebhaber von Andy umgebracht. Da hast du mich so ein bisschen verloren, auch dann am Ende mit der... Also bedenke mal diese Tragweite. Indy hat einfach gedacht, er bringt hier so einen Handlanger um von dieser Organisation, um eben einen Schritt weiter in seine Suche zu kommen. Aber ich finde, das braucht es gar nicht. Es braucht es nicht, aber es gibt dem Ganzen, sag ich mal, noch mal eine gewisse Note und Würze. Aber dein Film kommt nicht ohne jede Menge Erklärdialoge aus. Sonst kann man den nicht holen. Ah, auch das habe ich bedacht, weil ich halt meinen gesamten Anfang, das kannst du gerne hier nachlesen, ist in einer Parallelmontage, findet hier statt. Genauso wie zum Beispiel auch der Epilog, der findet auch in der Parallelmontage statt. Es geht eigentlich... Mein Erklärdialog findet eigentlich relativ im ersten Akt zu Beginn statt, nachdem Indy so gesehen diesen Anhänger oder diesen Schlüssel... Also bei mir sind aber zum Beispiel zwei Figuren das zentrale Thema, die ja sehr beliebt sind. Robin Hood ist zeitlos, viele Verfilmungen gibt es davon und Maverick ist dann nun mal eine ikonografische Actionfigur. Und ich finde das vermengt mit einer Coming-of-Age-Story zusätzlich noch mit einer Liebesbeziehung zwischen der geschiedenen Geschäftsfrau und eventuell Top Gun Maverick. Und ich möchte noch mal deinen Kommentar, und was du auch gesagt hast, dass es bei mir nicht klingt, als würden die zwei Welten wirklich miteinander verschmelzen. Ich möchte schon einen Film pitchen, bei dem es darum geht, auch die Lizenzrechte zu erwerben. Denn der wahre Gedanke hinter dem Film ist ja das ganze Merchandise drumherum. Eine neue Paw Patrol-Serie, bei der sie alle mit kleinen Flugzeugen und Raumschiffen umherfliegen und wo du die 200 Millionen Dollar, fiktiv um die es hier gerade geht, in Hand umdrehen in einem Weihnachtsgeschäft, fünffach wieder raushaben kannst. Ja, so meinst du Revenue. Ganz kurz, wir haben von Schröck schon ein paar konkrete Szenen gehört. Mich würde ganz kurz von den anderen beiden mal so eine Szene interessieren, die so ein bisschen die Dramaturgie eures Films so ein bisschen illustriert. Silke, kannst du mir mal so eine Szene beschreiben, so eine Seite aus dem Drehbuch, damit ich mir was Konkretes darunter vorstelle. Das ist der Moment, in dem die Paw Patrol erfährt, dass sie jetzt auch einen Space Patroller haben und ihre Ausrüstung vorgeführt bekommen. Genauso wie sie den Dschungelpatroller, den habe ich vorhin vergessen, präsentiert bekommen haben. Alles für 39,99 Euro zu kaufen. Und im Happy Meal bei McDonalds kann man sie auch sammeln. Und da werden ihnen ihre neuen Werkzeuge vorgeführt. Wie du sicher weißt, ist es bei der Paw Patrol so, dass sämtliche Werkzeuge sprachgesteuert funktionieren. Das heißt, wenn Chase sagt, wuff, Fangnetz, dann öffnet sich auf seinem Rücken der Rucksack und es kommt eine Maschine heraus, die ein Fangnetz wirft. Und so können das alle von der Paw Patrol. Und sie werden nun von Ryder neu ausgestattet mit ihrer, jetzt habe ich den Namen vergessen, Star Patrol-Ausstattung, die natürlich keine tötenden Lichtschwerter oder Blaster sind, aber die an die Optik erinnern. Zum Beispiel bekommt Marshall, der Feuerwehrhund, jetzt einen neuen Feuerwehrschlauch, bei dem der Griff aussieht wie ein Lichtschwert, bevor es halt aktiviert wird. Und alle freuen sich sehr, weil sie plötzlich ihren Helden, die sie schon von der Leinwand kennen, ähnlicher sehen. Okay, Steven, wie würde deine archetypische Szene für den Film aussehen? Bei mir ist es das Aufeinandertreffen zwischen Maverick, der völlig frustriert ist, dass er jetzt nur noch kleine Maschinen fliegt und nicht mehr in Kampfjets um die Welt reist und das Böse auslöscht, auf einem Privatflugplatz in Amerika, wo er auf diese sechs reichen, etwas schnöseligen Jugendlichen trifft, gemeinschaftlich mit der Mutter, die ein bisschen anteilsnahmslos hinterherläuft und sagt so, okay, ich muss da jetzt irgendwie drauf aufpassen. Ich will nicht, dass mein kleiner Schützling da irgendwie verschwindet in Europa. Und die beiden treffen aufeinander und Maverick hat dieses Cockige, dieses Arrogante, dieses ein bisschen Herablassende und denkt sich so, oh Gott, was habe ich mir denn da jetzt schon wieder eingefangen. Ist total genervt, hat aber ein bisschen Interesse an der Frau, lässt die einsteigen, fliegt mit denen los, hört sich diesen ganzen Schnack an, haut den zwischendurch ein paar Sprüche rauf. Und weil er so genervt ist von dem, was da im Hintergrund passiert und sich dieses Gewitter vor den Aufbraut über dem Atlantik, sagt er irgendwann, jetzt erst recht, jetzt schüttel ich die mal richtig durch, flieg nicht drum rum, sondern macht das in alter Kampfflugmanier und flieg mitten rein. Das heißt, darf ich kurz noch eine Frage stellen? Ja. Das heißt, diese Figuren sind eigentlich nur dafür da, dass Tom Cruise dieses Kamikaze-Manöver durch den Sturm macht? Nein, das ist die Provokation. Logischerweise. Das ist ja nur die ersten 20 Minuten. Ja, nee, ich sag nur, aber haben die danach noch eine Bewandtnis? Ja, logisch. Weil die sich ja im Sherwood Forest gemeinschaftlich zusammentun müssen, um Robin Hood zu helfen. Und jeder sich als jemand entpuppt, der, und weil Maverick ja am Ende, obwohl er ein Egoist ist, hat er ja auch im ersten Teil zur Schau gestellt, ein großer Teamplayer ist. Und es schafft gemeinschaftlich mit diesem Team Robin Hood zu unterstützen und den Sheriff von Nottingham zu vernichten und dann am Ende eben auch sich größte Mühe gibt, um eben diese Zeitreise oder diese Raumreise zurück anzutreten durch die Hilfe des Magiers. Okay, Steven, ich sehe bei dir große Leidenschaft für diese Maverick-Figur und für diese Top Gun-Dramaturgie. Aber warum genau Robin Hood? Also was fasziniert dich an dem Setting? Ich liebe Robin Hood, ich liebe die Robin Hood-Filme, ich liebe die Figur einfach. Das ist, für mich ist das einfach der Kampf, der klassische Kampf gut gegen böse. Ich mag das ganze Setting, den Wald, ich mag den Sheriff von Nottingham. Ich meine, wir alle erinnern uns noch an Alan Rickman in der Kevin Costner-Verfilmung. Das war einfach großartig. Ich mag das gerne. Ich mag dieses Aufeinanderprellen einer hochtechnologisierten Welt mit dem kompletten, einfachen Leben der Rebellen im Wald. Und das fand ich einen schönen Kontrast und deswegen fand ich das eine schöne Symbiose zweier unterschiedlicher Figuren. Der eine, der Gutes tun will für ganz viele Leute, der andere ein kompletter Ego ist, dass sie voneinander ein bisschen lernen können und sich gegenseitig befruchten. Und ich fand das einfach schön, das in einer Fantasy-Welt ein bisschen anzusiedeln, dass man etwas Magisches noch mit reintut, wie eben dieser Magier oder die Magierin. Das ist jetzt am Ende dann die Detailarbeit, die denen dann wieder helfen, in die reale Welt zurückzukehren. Okay, gut. Wir haben drei interessante Pitches gehört. Die 200 Millionen sind locker. Also ich brauche gar nicht so viel für den Film. Ich auch nicht. Also ich brauche keine 200 Millionen. Ihr habt gehandelt, das kenne ich schon. Ja, ja. Sandro, hast du noch was hinzuzufügen oder können wir direkt die Geldsäcke werfen? Ich habe selten so gute Pitches gehört tatsächlich. Also ich muss sagen, ich kann mir unter allen dreien was vorstellen. Wir können auch mal hier einen Tweet uns anschauen. Ich möchte alle drei Filme, fragt hier auch jemand. Also das war wirklich eine richtig schöne Pitchrunde, wie ich finde. Und ich bin mal gespannt, was ihr davon sehen wollt. Also welchen Film vielleicht Florentin sehen will am meisten oder aber welchen Film ihr drei am besten erklärt habt und ob Florentin sich das eben vorstellen kann. Wir gucken gleich noch mal, was ihr so dazu gesagt habt. Aber ihr seht es schon, das Chat-Voting ist eröffnet. Also ich bin mal gespannt, was Florentin am ehesten sehen will, aber auch vor allem, was ihr am ehesten sehen wollt. Und damit gebe ich rüber zu Florentin und zu der Entscheidung. Ja, also bei Crossover natürlich das Spannende ist es ja, die Dinge, die die für beide Elemente auszeichnen, in irgendeiner Weise zu destillieren und zu vermischen, um irgendwas Neues zu schaffen. Und da gab es unterschiedliche Errangensweisen. Ich finde bei Schröck, man merkt natürlich, dass du dir am meisten Arbeit gemacht hast und da am meisten Zeit und Leidenschaft hineingesteckt hast. Ich finde, es ergibt auch durchaus Sinn, diese beiden Filme zu kombinieren. Natürlich, wir haben durch dieses Bild des Gräbers, durch dieses Durchgraben, natürlich diesen Moment, wo beide dann irgendwie kombiniert würden, wodurch dann diese geheime Untergrundwelt geschaffen wird. Und du musstest dir aber auch einige Breitseiten entgegenschießen lassen. Natürlich die Argumente, wie sieht das aus mit den konkreten Schauspielern? Wie macht man das? Das ist jetzt natürlich immer so eine Ansichtssache, inwiefern man solche Produktions-Realitäts-Argumente mit reinbringt. Aber ich finde, Silke hatte da schon recht, dass natürlich auch diese beiden Filme, Iliana Jones und Shawshank Redemption, natürlich auch von ihren Hauptdarstellern leben und nicht nur von den Figuren. Von daher ist das auf jeden Fall schon ein gutes Argument. Aber ich finde, du hast auf jeden Fall hier eine schöne Mischung gefunden, die auch Sinn ergibt. Silke, du bist eher in den Bereich des Kinderfilms gegangen. Und also natürlich als Executive Producer mag ich natürlich auch deine Geldgier, die dann natürlich so mitbringt. Das hat mir sehr gut gefallen, dass du direkt an Merch denkst und an die verschiedenen Möglichkeiten, diese Franchises auszuschlachten. Also da finden wir bei Disney bestimmt offene Ohren, wenn das angeht, nach der Star Wars-Lizenz zu fragen. Ich finde aber, dass das Argument, das gegen dich kam, dass es nicht wirklich ein Star-Wars-Crossover ist, sondern eher ein Science-Fiction-Abenteuer der Paw Patrol. Sehr gut. Du hast natürlich dann noch versucht, mit dem Lichtschwert-Wasserschlauch zu versuchen, irgendwie ikonografische Star-Wars-Elemente mit reinzubringen. Aber Ströck hat völlig recht, wenn er sagt, da taucht keine einzige Star-Wars-Figur auf. Es geht nicht um die Macht. Es geht nicht um irgendwie Star-Wars-Handlungen. Also da muss ich schon sagen, es klang bei dir eher um eine Paw Patrol-Spin-Off oder eine Parodie und nicht wirklich um ein Star-Wars-Crossover. Aber die Idee ist auf jeden Fall gut. Ich leite das mal weiter in die Marketingabteilung, die wird sich da bestimmt sehr freuen. Das ist Paw Patrol, Disney. Steven, eine sehr interessante Idee von ihr. Du hast Top Gun und Robin Hood gekreuzt und auch noch magische Elemente mit reingenommen. Also da, du hast es dir so ein bisschen zusammengeworfen. Wie gesagt, ich finde, man hat dir angemerkt, dass du diese Top Gun-Figur, diese Maverick auf jeden Fall häufiger sehen willst und die neue Abenteuer mit ihm wünschst. Und es ging dann um diesen Zeitsprung. Also du hast da noch so eine Zeitreisethematik mit reingebracht, die jetzt weder in Top Gun noch in Robin Hood selbst integriert ist. Aber du musstest natürlich diese beiden Welten irgendwie kombinieren. Aber es klang in meinen Ohren alles in allem jetzt nicht wirklich danach, dass es die Merkmale dieser beiden Filme irgendwie nutzt und mischt. Und warum es gerade Robin Hood war, hast du gesagt, ja, du magst Sheriff's Forest, du magst das Abenteuer, aber dann kann man auch nach Mittelerde reisen oder irgendwie zu Aragorn oder so. Warum es jetzt gerade Robin Hood war, hat sich mir nicht komplett erschlossen. Ehrlich gesagt, es tut mir leid. Aber deswegen, aus meiner Sicht in dieser Runde, auch wenn ich alle drei sehr interessant fand und sehr spannend, geht diese Runde wieder an Schröck, der, wie ich finde, hier den Film gebaut hat, der am meisten Sinn ergibt dramaturgisch, filmtechnisch, geht hier an Schröcks, Indiana Jones, der Schauschleck, Damage, Erzähl und Sch- Ist so. Steven, du kannst dich gerne beschweren. Jetzt hast du genug. Nee, ich hab deine Gegenargumente gegen meinen Film gerade nicht nachvollziehen können, weil es geht doch beim Crossover-Film darum, also, es geht darum, Genres zu mixen. Und klar kann Maverick auch nach Mittelerde fliegen, aber ich hab ja gesagt, warum er nach in den Sherwood Forest fliegt. Ich finde, das war jetzt kein Argument dagegen, dass er auch in eine andere Welt fliegen kann. Nee, überhaupt nicht. Aber wie du Robin Hood begründet hast, war, du magst Robin Hood, du magst Sherwood Forest, du magst den Sheriff von Nottingham, aber du hast nicht gesagt, warum jetzt gerade diese Robin Hood-Welt ist. Also, es gibt ja viele Mittelalterfilme, die Mittelalterfilme spielen. Aber ich hab's doch gesagt, weil es eine Figur ist, mit der sich viele identifizieren können, die viele kennen, die viele Verfilmungen hatte. Und ich glaube einfach, die beiden Welten, wenn die aufeinandertreffen, wäre doch ein spannender Crossover. Ja, das stimmt schon. Aber wie gesagt, es gibt viele Filme, die Figuren haben, mit denen sich viele identifizieren, auch viele, die im Mittelalter spielen. Und wenn du dann noch dieses magische Element mitbringst, das überhaupt nicht in Robin Hood angelegt ist, dann tut es mal, wie gesagt, ich sag ja nicht, dass es furchtbar war, nur das war so ein kleiner ausschlaggebender Punkt. Aber dann ist die Frage, dann finde ich die Frage, ehrlich gesagt, absurd. Welcher Crossover, weil das, also tut mir leid, dann verstehe ich die Frage auch nicht in dem Zusammenhang. Weil wenn ich nicht unterschiedliche Genres miteinander mixen kann, dann ist es ja, was ist denn, also ich verstehe nicht, was dagegen spricht. Ich habe mein Argument nicht, dass du nicht die Genres mischen darfst, sondern dass ich nicht verstanden habe, warum es gerade Robin Hood sein soll. Gut. Ich habe nichts dagegen genannt. Tut mir leid, du bist der Judge. Alles gut. Die Frage ist wirklich hart. Ihr habt euch alle fantastisch geschlagen. Ich bin natürlich gespannt, was die Community sagt. Sandro, wie schaut's aus? Ich hoffe einfach, dass Florentin beim nächsten Mal gegen Steven direkt antritt. Wenn er bei Filmfighten, dann könnt ihr das da vielleicht klären, oder? Ist doch ein Vorschlag. Ich habe mal geschaut, was ihr sonst noch da draußen geschrieben habt und welche Crossovers ihr euch vorstellen könnt. Hier wurde zum Beispiel erwähnt, The Hurt Locker und Captain America. Steve Rogers merkt schnell, dass er nicht alles mit seinen Kräften lösen kann und fängt an zu hinterfragen, ob er den richtigen Namen gewählt hat. Nicht schlecht, Godzilla und Pacific Rim wäre auch ein Mega-Crossover, auch wenn der zweite Teil von Pacific Rim Müll war. Manta Manta und The Fast and the Furious will ich auch sehen, unbedingt. Und Mission Impossible trifft James Bond 007. Lasst die Lebensmüden-Stunts beginnen. Das wäre richtig geil. Und unten noch, beide gespielt von Jackie Chan. Hat mir auch gut gefallen. Aber lasst uns mal schauen, wie ihr so gewählt habt im Voting. Was ist das Ergebnis vom Voting? Welchen Pitch oder welche Filmidee fandet ihr am besten? Was wollt ihr da draußen sehen? Und da ist ganz vorne das Maverick-Crossover. Oh, wow. Uh, uh, ganz im Gegenteil zur Entscheidung. Aber dahinter das Indiana Jones-Crossover und Paw Patrol ein bisschen abgeschlagen. Etwas weiter hinten. Ist nicht ganz so eng wie bei den letzten Runden. Aber ich fand insgesamt trotzdem sehr schön und fand, dass das sehr schöne drei Pitches waren. Ich hab euch noch was Schönes zu zeigen. Und zwar, zum einen sind wir tatsächlich auf Platz 1 in den Trends hier, Hashtag Filmfights. Ich hab's noch mal gecheckt. Da, ganz oben sind wir. Ich weiß nicht, ob wir das vorher schon mal geschafft haben. Aber hat mich sehr gefreut. Also, vielen, vielen Dank für die Beteiligung und vielen, vielen Dank für die vielen guten Fragen fürs Finale. Wir haben sogar so gute Fragen bekommen, dass zukünftig vielleicht die eine oder andere Frage in einer Hauptrunde stattfinden wird. Also, vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt kommt das große Highlight. Jemand hat sich rangemacht, ein sehr schönes Video zu veröffentlichen. Und wir schauen uns das gemeinsam an. Ich lass es einfach so stehen und für sich wirken. Ja, ich könnte, also stell dir mal vor, Expendables, Sylvester Stallone ruft Arnold Schwarzenegger an. Es klingelt, es klingelt. Ja, hallo. Hier ist der Arnie. Ja, hallo Arnie, hier ist Sly Stallone. Du, wir haben einen neuen Auftrag und du musst die ganze Bande kurz zusammenklöppeln. Also hier, Dolph ist im ersten Teil noch dabei, danach ist er raus. Jean-Claude Van Damme, Bruce Willis kommt auch noch dazu. Ja, jetzt lass mich doch mal. Mickey Wurk. Und denk dran, setz nochmal kurz einen Tee auf. Ich komme gleich bei dir vorbei. Tschüss, ich freue mich, dich gleich zu sehen. Geil. Vielen, vielen Dank, Anesis90 in so kurzer Form. Sehr, sehr schön. Vielen wieder. Hammer. Hammer. Richtig gut. Hammer. Wo muss ich denn? In welche böse Ecke muss ich denn? Du kannst ja, glaube ich, sitzen bleiben. Ich kann sitzen bleiben. Ja, das ist klar. Steven, du kannst sitzen bleiben, denn du bist somit leider ausgeschieden aus dieser Runde. Aber vielen, vielen Dank. Du warst fantastisch. Es ist nicht immer leicht, aber ins Finale ziehen ein unsere beiden Finalisten, Silke und Daniel Streckart. Ich freue mich. Sehr gut. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ihr habt jetzt noch die Möglichkeit, euch nochmal ganz kurz zu erholen, nochmal ein paar Wunden zu flicken, bevor es dann ins Finale geht. Wir werden uns dann bis zu fünf Speedrunden anschauen, in der entschieden wird, wer hier heute die Trophäe nach Hause mitnimmt. Und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es losgeht mit dem Finale, nach einer kleinen Werbung. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück bei Filmfights. Wir sind im letzten Akt angekommen. Es steht nur noch das Finale aus, in dem unsere beiden Finalisten, Silke und Daniel Streckart, meine Damen und Herren. Wenn das mal gut geht zu Hause, du. Alles, was ich nie wollte. Gegen dich ein Filmquiz machen. Es ist ja kein Filmquiz. Ja. Es ist kein Filmquiz. Nein, es ist kein Filmquiz. Es ist die Sprechung. Natürlich kann ich noch gewinnen. Was soll denn das? Ja, also, was wir denn haben? Du kannst noch gewinnen. Das Finale geht gerade erst los. Absolut. Ihr seid auf null gestellt. Eure aktuellen Punkte werden getilgt. Ihr seid wieder bei null zu null angekommen. Wir werden jetzt die Speedrunden spielen. Das bedeutet, es geht jetzt vor allem um Schnelligkeit, schnell denken, schnell antworten, schnell gute Argumente finden. Denn wir haben Fragen bekommen aus der Community. Vielen, vielen Dank an alle, die eingeschickt haben unter Hashtag Filmfalls. Und vielen Dank an Sandro, der sie ausgesucht hat. Und wir werden sie jetzt stellen. Es wird dann so ablaufen. Ich stelle diese Frage. Dann wird der, der als erstes eine Antwort findet, 30 Sekunden haben, für diese Antwort zu argumentieren. Dann antwortet der andere wiederum 30 Sekunden lang. Dann hat der erste nochmal 15 Sekunden und dann der jeweils andere nochmal 15 Sekunden. Also 30, 30, 15, 15. Danach werde ich entscheiden, wer die Runde gewonnen hat. Und der Gewinner bekommt einen Punkt. Wer als erstes drei Punkte gesammelt hat, gewinnt diese Runde. Wir spielen also maximal fünf Fragen. Habt ihr das soweit verstanden? Also wenn man antwortet, redet man direkt weiter. Richtig. Wer antwortet, redet direkt weiter, hat 30 Sekunden. Danach der andere 30 Sekunden. Und dann kann man nochmal auf das Gesagte eingehen in jeweils 15 Sekunden. Gut. Seid ihr soweit bereit? Nee. Steven, bist du bereit? Ich bin bereit. Wunderbar. Ich bin da. Gut. Das freut mich. Die erste Frage kommt aus der Community und wurde eingeschickt von Edmonster198. Und der möchte wissen, welcher ist der beste Film fürs Autokino? Lalaland. Weil Lalaland ein Musical ist, das allen gefällt, sogar Menschen, die keine Musicals gerne gucken. Und weil du im Autokino die Möglichkeit hast, laut mitzusingen, ohne dass es deine Sitznachbarn stört. Und laut rumzuschuckeln, dich zu bewegen, den Tanz auf dich spüren zu lassen, ohne dass du von anderen Leuten im Kino als störend empfunden wirst. und um Ruhe und Leisigkeit, um Stille gebeten wirst. Leisigkeit. Da ich jetzt keinen Film wirklich absolut dafür präferiere, würde ich sagen, Zurück in die Zukunft, das ist ein Film, der spielt zu einer Zeit, oder spielt in einer Zeit, in der es noch Autokinos gab, in der das ganz großes Thema war, in der halt eben Cabrio gefahren worden ist, in der man sich an der Bar eben seinen Hotdog geholt hat und seinen Popcorn. Und der halt auch eine gute Länge hat, um im Auto zu sitzen. Man kann nebenbei knutschen, man kann sich an einem Film amüsieren, man kann mitgehen, man kann mitfahren und man hat eine gute Zeit. Wenn du ihn noch nicht kennst, kannst du nicht wirklich dabei knutschen, weil dann kommst du nicht mehr mit und brauchst einen Erklärdialog, um wieder einsteigen zu können. Bei La La Land hingegen kannst du zwischendurch knutschen, wenn mal gesungen wird, denn da verpasst du nicht allzu viel und kannst trotzdem weiterhin der Handlung folgen. Bei La La Land hast du am Ende das Problem, dass, wenn du mit einer Frau den Film guckst, mit der du halt knutschen willst und dann am Ende plötzlich feststellt, dass sie feststellt, ey, das ist ja gar kein Happy End, dann stehst du aber ein bisschen mit Erklärungsnöten da und musst dann gleichzeitig noch erklären, warum der weiße Mann den schwarzen Jazz erklärt. Okay, okay. Ijo, 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 das wurde richtig böse hier, du. Sehr schön, so wollen wir das. Da wurde geschossen, Silke mit einem kleinen Seitenhieb auch gegen Schreck hat. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr gute Argumente auf jeden Fall an beiden Seiten. Insgesamt würde ich sagen, Schreck natürlich, du hast argumentiert, es gibt ein Auto und es passt in die Zeit, aber alles in allem finde ich Silkes Argumentation hier besser für La La Land. Herzlichen Glückwunsch, erster Punkt an Silke im Auto zusammen zu singen und auszurasten. Ich bin froh, dass Schreck nicht das Argument gebracht hat, dass es keine gute Idee ist, ein Date auf einen Film zu gehen mit Ryan Gosling, aber das Argument hat er nicht gebracht. Dann wäre es vielleicht noch anders gewesen. Stimmt. Erster Punkt für Silke geht hier in Führung, wie gesagt, drei Punkte bis zum Sieg. Es geht heiter weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und zwar mit einer Frage von Ed Ishtar Denaris, Ishtar Denaris, der wissen möchte, welcher Film wäre besser, wenn der Hauptcharakter nicht überlebt hätte? Nach zehn Minuten darf Steven wieder einsteigen. Nö, mach ich jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich sauer. Ne, klar. Das ist schwer, aber ich hätte mal... Ich hasse dich. Ich hab einen. Ich hab einen. Toy Story 3. Toy Story 3 hätte am Ende die Spielzeuge in den Müllschlucker, in den Schlund, in den Schacht fahren lassen sollen, denn das wäre ein Ende für die Ewigkeit gewesen. Ein Zeichentrickfilm, der sich erlaubt oder ein Animationsfilm, der sich erlaubt, die Hauptprotagonisten wirklich mit Bewusstsein, dass ihre Zeit jetzt vorbei ist, in den Tod fahren zu lassen, das hätte für Kontroversen gesorgt, aber das hätte, glaube ich, auch für jede Menge Respekt gesorgt, dass Pixar so weit geht und sich so traut, denn es ist tatsächlich auch sinnig, dass das an diesem Moment passieren könnte. Ich sage The Bay, weil die Journalistin, die von der Stadt berichtet, in der ein tödlicher Organismus alle Menschen auffrisst, den ganzen Film hindurch, durch diese Stadt läuft, sie interviewt sämtliche Leute, sie fasst die Leute an, sie wäscht sich mit dem Wasser zwischendurch, als ihr heiß wird und trotzdem ist sie erstaunlicherweise die Einzige, die von diesem angeblich so tödlichen Organismus nicht befallen wird und das macht den ganzen Organismus unrealistisch und weniger fürchterlich. Das ist leider nicht richtig, da wir diesen Film gerade vorhin zusammen gesehen haben, wird auch gesagt, dass andere Menschen nicht infiziert worden sind und du brauchst halt tatsächlich irgendjemanden, der die Geschichte erzählt und wiedergibt und halt eben zu den einzelnen Bildern, die dort in dem Film von Found Footage gezeigt werden, auch irgendwas kommentieren kann und sagen kann. Ich weiß, aber mir ist nichts Besseres eingefallen und besser als Toy Story 3 wird's eh nicht mehr. Also war ich froh, dass ich irgendwas sagen konnte. Okay, da gebe ich Silke völlig recht. Toy Story 3, sehr, sehr schöne Antwort, gut gemacht, argumentiert und verteidigt. Hier von Schröckert, eins zu eins, fießt auf, sehr schön. Aber tatsächlich harte Frage. Ich glaube, da hätte man eine komplette Hauptfrage drum machen können. Steven, du meintest, du hast eine gute Antwort gefunden? Nee, ich weiß nicht, ob es eine gute Antwort ist. Ich traue mir auch gar nichts mehr zu sagen. Ich werde gleich wieder gedisst von dir. Nein, alles gut. Nein, ich pitch black. Obwohl, dann hätte es die zwei anderen Filme nicht gegeben. Nee, aber ich hätte es trotzdem gut gefunden, hätte es ein Ende gehabt. Ja, gut, ja. Gut, eins zu eins steht es. Es bleibt weiterhin spannend. Wir kommen zu Frage Nummer drei, die eingeschickt wurde von Ed Kratesch. Der fragt, wer gewinnt ein One-on-One? T-800 oder Robocop? Robocop, denn ich kenne T-800 nicht. Und Robocop ist für mein Verständnis nahezu unbesiegbar, da er maschinelle Kräfte auffahren kann gegen die T-800, nicht gegen das T-800, der aus 2001 im Weltall wäre das T-800. Der Terminator. Scheiße. Johnson. Du kannst noch was sagen, du hast noch Zeit. Ja, ich bin nicht... Sag was. Ich weiß doch nicht mehr, was soll ich dazu noch sagen? Ich habe beide Filme nicht gesehen. Okay. Dann, dann nehme ich eben den T-800, denn das Problem ist halt, der Robocop hat leider immer noch einen menschlichen, oder ja, menschliches Gewebe, einen menschlichen Kern. Nimm ihm das weg und er ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. Außerdem hat Robocop ein Programm, das ihm verbietet, gewisse Menschen irgendwie, sag ich mal, nicht umzubringen. Zumindest im ersten Film noch. Das wäre halt auch eine Hemmschwelle. Und deswegen ist der Terminator komplett einfach nur aufs Töten programmiert und er bringt diesen Auftrag zu Ende, koste was es wolle. Selbst wenn er in Einzelteilen zerlegt ist, versuchen diese Einzelteile noch den Menschen umzubringen. Also deswegen ist er die effektivere Tötungsmaschine. Ich weiß wenig über den Terminator, aber der hat doch auch gewisse Menschen, die er nicht töten darf. Das kann doch kein Argument sein. Ja, ja, also, ja. Ah, oh, oh, oh. Du hast Zeit, du hast Zeit. Ja, also, wenn ich schon zugebe, dass ich etwas nicht weiß, musst du auch zugeben, wenn du... Ja, der Terminator hat ein Programm beziehungsweise hat eine Befehlskette, die er auch befolgen muss, wenn man ihm halt sagt, ey, darfst nicht töten, dann tötet er auch nicht. Aber das Problem an Robocop ist halt, er hat einen moralischen Kern und der halt dann irgendwann durchdringt und sagt, nee, vielleicht soll ich es doch nicht machen beziehungsweise ich setze mich über gewisse Dinge hinweg und das macht der Terminator nicht. Silke, ob du es glaubst oder nicht, ich weiß sehr, sehr gut, wie du dich fühlst in dieser Situation. Ich habe die Folge gesehen, Florian. Ich habe ihn nicht gesehen. Von daher weiß ich sehr, sehr gut, wie du dich fühlst. Danke. Aber ich muss dir den Punkt auf jeden Fall Schreck geben. Er hat hier gut argumentiert, aber natürlich ist es natürlich schwer aus einer Situation. Damit holt sich Schreck den Matchball. Es könnte bald zu Ende sein, aber es ist natürlich noch alles drin. Wir kommen zur vierten Frage von Ed Meister-Kitte. Der oder die möchte wissen, welche ist die schlechteste Buchverfilmung? Outsiders. Ich habe Outsiders in der Schule gelesen. Das ist der mit Tom Cruise. Das ist der mit Tom Cruise. Und der ganze Film, also in meiner Erinnerung ist der höchstens 60 Minuten lang. Das kann nicht sein. Der ist vermutlich 90 Minuten lang. Aber es hat noch nie ein Film so schlecht geschafft. Jeden Handlungsstrang. Und ich weiß, dass um eine Geschichte zu kürzen, Personen rausgekürzt werden müssen. Aber da ist einfach so viel rausgekürzt worden, dass am Ende nichts mehr übrig geblieben ist. Und ich habe nicht glauben können, dass der Film und der Buch irgendetwas miteinander zu tun haben. Ich sage Der Goldene Kompass. Denn Der Goldene Kompass ist ein Film, den habe ich nur noch wirklich in minimalsten Sekunden in Erinnerung. Ich weiß, dass Nicole Kidman mitspielt. Ich weiß nicht mal ihre Rolle. Es sollte der Auftakt einer großen Filmserie werden mit Eisbären, die gegeneinander kämpfen und irgendwelchen Zaubertieren und so weiter. Man wollte Harry Potter wahrscheinlich Konkurrenz machen. Es hat einfach nicht geklappt. Kein Mensch kann sich an diesen Film erinnern. Es hat inzwischen eine neue Serie dazu gegeben, die es eigentlich ein bisschen besser macht. Aber diese Verfilmung ist einfach nur gnadenlos schlecht, weil sie weder zum Buchlesen animiert noch irgendwie eine weitere Filmreihe generiert hat. Und trotzdem hat sie viele Elemente in sich, die man aus der Buchreihe kennt und die Merkmale der Buchreihe sind und die Wiedererkennungswerte der Buchreihe sind. Anders als bei dem Film Outsiders, wo sogar du überlegen musst, was das für ein Film ist. Und allein das ist ein Zeichen dafür, dass der in keiner guten Erinnerung bleiben kann. Die Outsiders ist aber tatsächlich von Francis Ford Coppola mit einer großen Riege an tollen Jungdarstellern, die es damals geschafft haben, das schon das Gefühl von den Jungs ein bisschen zu vermitteln und in sich stimmiger ist. Der Golde Kompass ist einfach langweilig, hat irgendwie miese Effekte zugeklatscht, hat eine Geschichte, die keinen interessiert. Okay. Auf jeden Fall zwei sehr schlechte Buchverfilmungen. Ich bin so dumm, ich hätte der Dunkle Turm nehmen sollen. Ey, ich kotze mich an. Was für das? Ey, Dunkle, Mann. Mann. Aber ich finde es gut, Ich finde es gut, wie sich Schröck einer uralten Filmfightstechnik bedient, die Tino Hahn entdeckt und erfunden hat. Nämlich der, ich kann mich nicht daran erinnern, also ist es schlecht, Argumentationen. Die können wir immer mal wieder. Aber ja, es ist nicht einfach. Ihr konntet beide nicht so ganz konkret sagen, was daran schlecht ist. Silke hat noch gesagt, es wurde viel rausgekürzt, viele Handlungsstränge verändert. Und Schröck, du meintest, du kannst dich nicht daran erinnern und hattest große Erwartungen. Aber hier hat mich, ehrlich gesagt, Silke mehr überzeugt mit The Outsiders. Deswegen steht es hier 2 zu 2. Wir kommen zu einem sehr, sehr spannenden Finale, was natürlich toll ist. Herzlichen Glückwunsch, Silke. Es ist tatsächlich alles offen. Du hast aufgeholt. Und wir kommen zur allerletzten Frage, die heute entscheidet. Ja, der Pokal wird gehen ins Hause Schröckert, aber auf wessen Bettseite wird er heute Nacht stehen? Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich bin im Zimmer. Die letzte Frage. Frage Nummer 5 wurde eingereicht von Ed D. D. Mons. Und der möchte wissen, welcher ist der beste Animal Companion? Beste Tierbegleiter, Tierfreund. Welcher ist der beste Animal Companion? Paddington. Paddington Bear ist ein, ist ein Bär, der es schafft, da läuft keine Uhr, ich rede trotzdem weiter, ist ein Bär, der es schafft, menschliche Emotionen zu vermitteln, die die Menschen in dem Film selber nicht, auf die die Menschen selber nicht kommen. Er schafft es, Figuren miteinander zu verbinden, Figuren miteinander zu versöhnen und Kindern Werte zu vermitteln. Er ist bei vielen Generationen bekannt und beliebt. Unsere Großelterngeneration hat schon die Paddington Bear Bücher gelesen und unsere Kinder lieben jetzt die Filme. Struppi, der Hund von Tim. Ein treuer Begleiter, treu wie Gold, unerschütterlich, immer dabei, hat Tim schon aus so vielen Gefahren und Situationen gerettet oder war daran beteiligt, dass dieser Tag noch zu einem guten Ende gebracht wurde. Er begleitet Tim durch alle Filmabenteuer, durch alle Comicabenteuer, durch alle, ja weiß ich nicht, Zeichentrickfilmabenteuer wurde immer, die Beziehung wurde immer wieder thematisiert und zum Schwerpunkt gemacht und immer wieder gezeigt, wie wichtig es ist. Deswegen ist ein Struppi ein unverzichtbarer Faktor von Tim und Struppi und der beste Begleiter. Und ein Hund und deswegen auch nicht besonders überraschend, dass ein Hund als bester Freund des Menschen auch ein toller Begleiter ist in vielen Abenteuern, dass aber ein Bär ein toller Begleiter ist, der das Leben dieser Familie so sehr bereichert, das ist wirklich besonders. Ja, aber tatsächlich muss man jetzt fragen, wen begleitet er denn so großartig? Denn meiste Zeit ist Paddington eigentlich allein unterwegs und ist auch im zweiten Teil im Knast und dort auf sich allein gestellt und muss dort, sag ich mal, versuchen, alleine irgendwie klarzukommen. Also er begleitet so gesehen eigentlich nie irgendwie jemanden, sondern versucht ihm nur selbst klarzukommen. Darf ich jetzt noch was sagen? Nein. Tut mir leid. Tut mir leid. Das ist die Speedrunde. Ja, schwere Frage, schwieriger Begriff vielleicht. Ich hätte mal eine Frage. Mein erster Gedanke war Chewbacca gewesen. Hätte das gezählt? Ist Chewbacca ein Tier? Ich glaube, da haben wir morgen Peter vor der Tür stehen, wenn wir sowas behaupten. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher an der Stelle. Ich bin aber da tatsächlich, und das ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ich bin tatsächlich da auf Schröckseite. Ich würde nicht sagen, dass Paddington ein Animal Companion ist. Er ist die Hauptfigur. Er ist nicht der klassische Begleiter. Deswegen natürlich hier für einen absolut archetypischen Begleiter Struppi von Tim und Struppi natürlich prädestiniert und finde ich auch sehr gut argumentiert, warum er das sein muss. Für mich geht diese Runde hier an Schröckert. Herzlichen Glückwunsch, Daniel Schröckert. 3 zu 2 gewinnt Daniel Schröckert. Herzlichen Glückwunsch für die Trophäe. Ganz fantastisch. Spieleformat. Wieder ein sehr, sehr enges Finale. War ein krasser Kampf. Es hätte das familiäre Gefüge durcheinander. Gebracht, wenn du jetzt nicht. Nein, ich hätte auch wirklich, was soll ich gegen Paddington argumentieren? Ich habe es beim Argumentieren gemerkt. Das ist nicht die Frage genau. Ich habe so hart überlegt, Chewbacca, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen? Ja, aber Chewbacca wäre dann in der Argumentation genau in das Paddington Feld reingefallen. Chewbacca ist der Begleiter von Han Solo. Ja, aber er ist ja gleichwertig mit den menschlichen Figuren zu sehen. Ja, deswegen, das war so mein Ding. Weil sonst sind ja ganz viele Figuren in dem Universum Animal Companions. Ja, kommt damit drauf an. Wenn du am Ende ja darauf hin hast gelaufen, sagst du Struppi, sagst du Lassie. Ja, aber Lassie ist dann auch kein, wenn Paddington kein Companion ist, ist Lassie auch kein Companion. Ja, Lassie erlebt eigentlich tatsächlich auch mehr Solo-Abenteuer. Meiner Empfindung nach. Aber wer ist denn noch einer? Mir fällt keiner ein. Sandro, hast du noch ein paar Ideen? Gute Frage. Hachiko. Kennt ihr die Geschichte von Hachiko? Achiko, ja. Ja, dem Hund, der ewig lang noch zum Bahnhof gegangen ist in Tokio, obwohl sein Herrchen schon verstorben war. Das wäre natürlich ein fantastischer Pick gewesen, weil der ist halt treu bis zum Tod. Ja, ich weiß, aber der ist doch auch kein... Also, da zieht doch das selbe Argument wie bei Paddington. Das ist sein Film. Also, die Frage ist halt, wie klassisch willst du's nehmen? Ist ein Animal Companion jemand, der begleitet und die Befehle... Also, ist der devot seinem Herrchen gegenüber seinem Frauchen oder ist es eine eigenständige Figur? Das ist ja die Frage. Ich hätte Sir Hiss aus Robin Hood nehmen sollen. Fisch ab Spaghetti. Fisch ab Spaghetti, ja. Na gut. Ja. Gut, das kann natürlich gerne noch weiter respektiert werden in den Kommentaren und auf Twitter. Vielen, vielen Dank für die rege Beteiligung der Community und vielen, vielen Dank für unsere drei Kämpfe. Ihr habt euch alle drei fantastisch geschlagen und herzlichen Glückwunsch an Daniel Schröckert. Ich hoffe, Steven Gäthchen ist ein bisschen weniger sauer auf mich, wenn ich mich förmlich bei ihm verabschiede und sage Tschüss. Danke, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich schreckt, dass du nicht den Ring gebraucht hast. Vielen Dank, Silke. Man kann euch alle sehen bei den Film-Gorillas auf ZDF. Vielen, vielen Dank. Sandro, haut rein, macht's gut. Habt noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Das war Filmfights. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Danke an dich. Filmfights.